Unser Sponsor der heutigen Folge ist Blinkist und wie du weißt, bin ich vor kurzem Papa geworden und habe jetzt nicht mehr so viel Zeit zum Lesen. Aber hier bietet mir Blinkist eine hervorragende Lösung. Blinkist bringt mir die Kernaussagen von mehr als 5500 Sachbüchern und Podcasts zum Lesen und Anhören auf mein Smartphone. Das ist natürlich jetzt optimal für mich, wenn ich zum Beispiel mit dem kleinen Spazieren gehe oder beim Einkaufen bin. Das Schöne, die Zusammenfassung der Kernaussagen dauert gerade mal 15 Minuten und hilft mir, neue Perspektiven zu entdecken und meinen eigenen Horizont zu erweitern. Die mehr als 5500 Titel kommen aus 27 Kategorien. Mein liebster Blink aktuell kommt aus der Kategorie Productivity. So meisterst du die sieben Wege zur Effektivität von Sean Covey. Dieser Blink hilft mir tatsächlich, mich besser zu organisieren, weil das Vatersein doch manchmal anstrengend und stressig sein kann. Aber hier hat Sean Covey für mich gute Antworten. Aber auch andere Kategorien sind natürlich hilfreich, wenn ich in verschiedene Branchen mich einlesen möchte für zum Beispiel ein potenzielles Investment. Ganz getreu natürlich nach dem Blinkist-Motto in 15 Minuten verstehen. Es gibt aber noch weitere tolle Features, nämlich Blinkist Connect. Hier teilst du dann zum Beispiel dein Premium-Account mit noch einer weiteren Person. Hast du jetzt Lust auf mehr und möchtest Blinkist ganz unverbindlich sieben Tage lang kostenlos testen und dazu noch 25% auf das Jahresabo Blinkist Premium, dann gehe jetzt auf blinkist.de slash Aktienpodcast. Nochmal auf buchstabiert b-l-i-n-k-i-s-t.de slash Aktienpodcast. Natürlich findest du wie immer alle Links und Infos in den Shownotes. Beachte bitte unseren Disclaimer. Herzlich Willkommen beim neuen Aktienpodcast mit deinen beiden Aktienbuddies Marcel und Philipp von Modern Value Investing. Mein Name ist immer noch Philipp. Und mein Name ist immer noch Marcel. Herzlich Willkommen zu unserer Folge Nummer 217. Philipp, nachdem wir so viele Fragen bekommen haben in den letzten Wochen, muss man sagen, haben wir uns überlegt heute eine Question an 12 Fragen. Ich finde es super spannende Fragen auch. Also ich glaube auch für viele relevant, denn nicht ganz so speziell, dass man sagen muss, okay, jetzt hier schalte ich ab, sondern tatsächlich sehr allgemeine Fragen auch, was nicht nur den Markt betrifft, sondern auch uns betrifft. Richtig? Ja, definitiv. Also hat mich super gefreut. Es ist auch, man merkt die Qualität, die ist einfach da in unserer Community und sie wächst und wächst und wächst. Und Marcel, ich habe ein paar Zahlen mal heute mitgebracht. Unser Podcast ist dieses Jahr um 34% gewachsen. Also auch hier vielen, vielen lieben Dank. Und wir haben es geschafft, sogar 22% neue Hörerinnen und Hörer zu gewinnen. Und das natürlich auch dank dir, lieber Hörer oder liebe Hörerin, indem ihr uns zum Beispiel immer liked und teilt und bewertet. Und ich würde sagen, am Anfang, wie immer, der Aufruf unterstützt uns kostenlos, aber nicht umsonst mit einer Fünf-Sterne-Bewertung auf Spotify, aber zum Beispiel auch auf Apple iTunes oder einem Abo bei YouTube. Den Link dazu gibt es natürlich auch, wie immer, in den Shownotes. Und man kann natürlich auch wöchentlich gerne beides machen. Marcel, welche Themen hast du uns denn heute mitgebracht? Und wir müssen vorweg natürlich auch sagen, wir sind heute remote unterwegs. Ich bin im wunderschönen Münster und du bist in einer wunderschönen Küche, oder? Ja, das ist absolut richtig. Ja, hier läuft gerade noch die Spielmaschine neben mir. Also, ja, genau. Wir mussten heute ein bisschen improvisieren, weil bei dir streikt die Bahn. Du kommst nicht von A nach B. Es ist ein Trauerspiel. Aber wir kämpfen uns durch und haben das Mikro auch immer parat. Und ja, was gibt es denn jetzt Neues von dir heute? Ach ja, genau. Die Quartalszahlen. Da gibt es noch ein paar, ich sage mal, kleinere, beziehungsweise auch Nischenunternehmen, die ich heute mitbringen wollte. Des Weiteren gibt es eine interessante Entwicklung bei einem großen deutschen Pharmakonzern. Außerdem eine riesen Abschreibung, die mich heute ja fast erst mal abblätten lassen hat. Außerdem dazu noch ein Top, nämlich unser Light Index und ein Flop, den ich heute noch mitgebracht habe, einen Teil des Light Indexes. Philipp, du hast auch spannende Themen, wie ich schon mal so sehen durfte. Ja, es gibt einen mega Rüstungsziel. Wir scheinen hier einen großen Giganten zu bekommen in Deutschland. Dann geht es weiter mit Atomenergie soll verdreifacht werden. 22 Staaten machen mit. Wir sind keiner dieser 22 Staaten. Aber wir haben ein paar interessante Aktienideen mit dabei, wie man das ganze Thema spielen könnte. In eine habe ich auch sogar tatsächlich schon investiert. Vielleicht gibt es auch schon das passende YouTube-Video dazu. Also wir nehmen das auf, bevor ich das Video gemacht habe. Deswegen schaut mal in die Show-Notes. Vielleicht ist es mit dabei. Okay, dann ist der Finger oben. Muss man dich loben, sagt man ja so schön. Ich habe heute einen Top der Woche, wo ich mich super freue, dass wir ein Startup in Deutschland haben, was jetzt kein Startup mehr ist, was ein Unicorn auch ist, also jetzt schon mehr als eine Milliarde Dollar Bewertung hat. Und sie haben es geschafft. Sie sind eine Vollbank jetzt geworden, also haben eine Vollbank-Lizenz bekommen. Wer das ist, erfahrt ihr später. Und was soll man anderes sagen? Mein Vlog der Woche, ich sage nur eins, go fuck yourself. Und dann kommen wir zu unseren, das ist ein Zitat. Also ich würde sowas nicht sagen. Und dann kommen wir natürlich zu unseren Question and Answer. Wir haben viele Fragen bekommen. Wir haben, ich glaube, insgesamt zehn Stück mit dabei. Und Marcel, jetzt meine Frage an dich. Welche Quartalzahlen haben dich denn diese Woche ein bisschen aufhorchen lassen? Tatsächlich als allererstes Sentinel-One. Das ist ein Cyber-Security-Spezialist, der immer weiter wächst und an die Großen heranragt. Also da muss man schon sagen, eine Aufmerksamkeit ist zumindest angebracht, um das Thema irgendwie mal auf den Schirm zu haben. Und Sentinel-One ist ja auch so im Cloud-Geschäft so ein bisschen echter Konkurrent für CrowdStrike. Und sie haben tatsächlich ihren Verlust extrem runterlegen können. Also da haben sich die Analysten stark überrascht. Und auch im Umsatz sind sie sehr, sehr stark gewachsen. 42,4 Prozent unterm Strich. Und auch, naja, die wiederkehrenden Umsätze sind hier stark gewachsen. Und schon gehen aufs ganze Jahr gesehen auf knapp 700 Millionen. Das ist wirklich sehr erfreulich, weil natürlich auch hier Sentinel-One sehr, sehr volatil die letzten Jahre. Ich war mal kurzzeitig investiert und habe dann, ich sage mal, relativ schnell auch Verluste realisiert, weil natürlich die Volatilität, gerade auch bei Unternehmen, die so stark noch Verluste schreiben, in so einem starken Wettbewerb sind, wo man nicht genau einschätzen kann als Einzelperson, ob man da wirklich die Nase vorn hat oder nicht. Aber auch hier sieht man, dass das Thema weiterhin im Trend liegt. Letzte Woche haben wir schon einige Cyber-Security-Unternehmen angeschaut, vor allem die großen. In dieser Woche hier mit Sentinel-One noch einen kleiner, der hier nachgezogen hat. Ich würde jetzt nicht immer gleich investieren, aber es ist ein Unternehmen, was man vielleicht auf dem Schirm haben sollte, denn auch sie werden sicherlich noch weiter und weiter skalieren. Dazu noch ein sehr rasanter Ausblick für das kommende Jahr, aber auch das nächste Quartal. Insgesamt kann sich das alles hier sehr, sehr stark sehen lassen. Also ich habe es auf der erweiterten Wortschliste, würde jetzt aber nicht gleich investieren, wie gesagt, bei einer Gelegenheit. Aber ich wollte sie heute nicht unterschlagen. Etwas bekannter ist die Aktie. Ja, gern. Ich glaube, es ist ganz wichtig, wenn man hört, so diesen Bereich Cyber-Security, das ist natürlich ein enorm wichtiger Markt, auch ein Wachstumsmarkt, dass man sich dennoch damit beschäftigt, so ein bisschen, was unterscheidet die einzelnen Hersteller in deren Bereichen und wo liegen ihre Kompetenzen. Also nicht, dass man jetzt auf einmal sagt, so, boah, Beispiel. Also ich weiß nicht, wie Sentinel-1 arbeitet, aber ich bin ja bei CrowdStrike investiert und ich kann erklären, dass sie die Cloud sozusagen schützen. Alle sind miteinander verbunden. Wenn bei einem etwas passiert, dann wird die Lücke auch bei allen anderen gleich geschlossen. Also super interessantes System und der Erfolg und das Wachstum gibt ihnen natürlich auch recht. Ja, wenn ich jetzt noch einen weiteren Spieler haben wollen würde, würde ich jetzt natürlich gucken, wo sind denn die Stärken, also zum Beispiel bei Fortinet, bei einer Palo Alto Networks, bei einer Z-Skater, Sentinel-1, dass ich nicht auf einmal vielleicht auch in einen Bereich investiert bin, wo mein anderes Investment, dem gleichen Investment, so ein bisschen das Wasser abgräbt. Ja, also klar, da ist viel Raum zu wachsen für alle, aber ich glaube, hier könnte man sich auch noch viel, viel schöner auch diversifizieren oder man macht es auch ganz einfach über einen Cyber-Security-ETF. Aber hier würde ich mich doch ein bisschen mehr mit der Materie noch beschäftigen. Auf jeden Fall ist es absolut notwendig und wichtig. Ein Datenspezialist MongoDB hat auch gemeldet, sie sind ja tatsächlich ein sehr stark wachsendes Unternehmen, auch weiterhin die ganzen Daten, die in dieser Cloud, also ähnlich wie Snowflake, muss man sagen, auch irgendwo geordnet, gesammelt, sortiert und vielleicht auch wissentlich irgendwie zur Verbesserung des operativen Geschäftes der Kunden herbeiführen können. Also da muss man die Software von MongoDB durchaus auch mal auf dem Schirm haben. Auch sie, muss man sagen, sehr, sehr konstant. Sie haben den doppelten Gewinn abgerechnet am Ende oder am Ende präsentiert, als das Analysten erwartet hatten. Das ist natürlich schon eine herbe Überraschung im positivsten Sinne. Auch umsatzseitig konnte man deutlich überraschen. 30 Prozent Wachstum rund. Auch hier muss man sagen, tolles Wachstum, auch die Kunden. Das Kundenwachstum ist weiterhin sehr, sehr stark. Der Ausblick in Ordnung. Und es gab eigentlich nichts, wo man jetzt irgendwo einen Haar in der Suppe hat. Natürlich ist die Bewertung von MongoDB, wie auch bei vielen anderen Cloud-Playern, enorm hoch und ist auch echt gut gelaufen dieses Jahr schon. Deswegen Gewinnmitnahmen nach diesen Zahlen. Trotzdem muss man sagen, wer hier dabei ist, hat zumindest immer noch so, dass die fundamentalen Daten stimmen. Das Wachstum ist besser, als es eigentlich erwartet war, als man gekauft hat. Insofern gibt es da, glaube ich, nicht viel zu meckern. Auch etwas, was man heute hier vielleicht mal noch mit erwähnen sollte bei der zweiten Reihe. Und man muss ja auch sagen, Daten. Naja, es ist schon wirklich ein wahnsinniger Zuwachs an Daten, der jetzt gewonnen wird in sämtlichen Bereichen. Und da eine Struktur reinzubringen, ist schon super wichtig. Und das auch natürlich über die Cloud. Und da ist, denke ich, auch noch sehr, sehr viel Wachstum drin, wenn man nur bedenkt, was die KI alles, und da stehen wir noch relativ am Anfang des Ganzen, vor sich hat. Also da muss man auch sagen, für die, die hier Interesse haben, durchaus mal ansehnlich und eigentlich auch ein stabiles Geschäftsmodell. Man sieht ja auch, wie man skalieren kann. Hast du dazu, MongoDB, hast du ja, glaube ich, mit Snowflake mal einen Konkurrenten gehabt oder einen Wettbewerber? Ja, aber ich bin da wirklich nicht so tief drin. Also ich kann dir jetzt nicht erklären, was MongoDB wirklich macht. Schade, weil dann hätte ich es vielleicht gewusst vor 170 Prozent und hätte dann gekauft vor zwölf Monaten. Ja. Die Aktie ist natürlich total gelaufen. Aber man liest immer mal wieder, dass sie doch sehr, sehr stark sein sollen in dem, was sie machen. Die Marge 74 Prozent, aber sie schreiben noch Verluste. Ja, ich glaube, diese Aktie ist mir persönlich aktuell ein bisschen davon gelaufen. Ja, zu teuer, würde ich auch sagen. Also erwarten auf Rücksetzern an. Dann noch zwei Nachrichten aus den größeren Unternehmensbereichen. Mastercard hat die Dividende erhöht um 15 Prozent. Ist natürlich jetzt kein wahnsinniger Schritt, aber klassisch im Sinne von, wir haben jetzt keine hohe Dividendenrendite, aber immerhin immer wieder die starken Wachstumsraten, was natürlich dann auch, wenn man länger investiert ist, einen schönen Hebel gibt. 11 Milliarden Aktienrückkaufprogramm, also weniger als 3 Prozent der Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung ist auch nicht üppig, aber Elfmeat muss halt auch erstmal aufwenden, um hier weitere Aktien zurückzukaufen. Außerdem, Denner hier, haben bestimmt einige aufgeschreckt die Woche. Die senken die Dividende, aber das liegt vor allen Dingen daran, Philipp, und das kommt ja auch eigentlich relativ logisch daher, man hatte die Abspaltung des Wassergeschäftes und damit natürlich auch, ich sage mal, einen Teil davon, was davon die Dividende war, hat man hier eben rausgerechnet. Deshalb sieht es aus wie eine Kürzung, ist aber eigentlich nur eine Bereinigung, um das abgespaltene Geschäft. Das finde ich aber richtig krass. Also wir haben ja gesehen, welches Unternehmen war das mit der Abspaltung? Johnson & Johnson. Genau, also da haben wir eher eine Erhöhung gehabt. Hier ist es doch so, dass Denner hier jetzt sagt, naja, wir sind mal ein bisschen konservativer. Finde ich super spannend, weil sie könnten es sich natürlich leisten. Ja, machen wir uns mal nichts vor. Sie haben eine Ausstüttungsquote. Was denkst du, wo liegt die? Ja, vielleicht bei 10, 15, oder? Ja, 11,4 Prozent. Sie haben in den letzten fünf Jahren im Schnitt um 12 Prozent erhöht. Dass sie das jetzt so senken, ich hätte eigentlich gesagt, sie lassen es dabei, bei dem, was so ist. Aber sie scheinen auch, und das ist ja wieder das Schöne, du weißt ja, wir mögen ja Dividenden. Aber wenn ein Unternehmen in der Lage ist, mit den Gewinnen bessere Sachen, bessere Renditen für uns Aktionäre zu erzielen, dann sollen sie das doch bitte machen, weil das Geld, was sie natürlich an uns Eigentümer ausschütten, das ist natürlich weg. Apropos mit dem Sprung. Ich habe jetzt allein seit 2020, zeichne ich meine Dividenden bei Visa auf. Und aktuell, die Dividendenrendite von Visa liegt bei 0,6 Prozent und ich bin jetzt schon bei 1,41 Prozent. Also hier sieht man natürlich, wie es klettert und klettert und klettert. Und man muss auch tatsächlich Mastercard noch mal ein bisschen mehr loben, weil 2017, die Dividende war gerade mal bei 22 Dollar Cent im Quartal und jetzt sind wir schon bei 57 Dollar Cent. Jetzt natürlich auch noch mal erhöht. Also das finde ich richtig stark, muss ich sagen. Ja, ich habe Mastercard noch auf der Watchlist gehabt oder mal kurz im Depot gehabt, da war die bei 100 Dollar die Aktie. Also deutlich unter dem, was sie jetzt ist. Und jetzt hat sich ja die Aktie seitdem mehr als verdreifacht. Ja, vervierfacht, sage ich schon. Und insofern ist das natürlich dann auch eine schöne, ich sage mal auch in relativ kurzer Zeit eine sehr starke Steigerung. Das darf man ja auch nicht vergessen. Kommen wir zu dem Unternehmen Hensoldt aus Deutschland und sie übernehmen den Vernetzungsspezialisten ESG oder ESG. Und es soll jetzt ein schlagkräftiger Anbieter für Rüstungselektronik, der auf Augenhöhe mit Unternehmen aus Frankreich und den USA ist, entstehen. Das ist auch im Interesse der Bundesregierung. Warum das? Die Bundesregierung ist ja hier auch beteiligt. Und der Rüstungskonzern Hensoldt kauft jetzt den Dienstleister ein entsprechendes Übernahmeangebot und macht der Hensoldt-Aufsichtsrat am Dienstagabend. Die Übernahme erfordert, und das finde ich schon wieder ganz fatal, Marcel, eine Kapitalerhöhung in Höhe von 250 Millionen Euro, an der sich der deutsche Staat mit einem Viertel beteiligt. Unfassbar. Also hier wird wieder subventioniert, subventioniert, subventioniert. Und Deutschland hält somit weiterhin 25,1 Prozent der Anteile an Hensoldt. Und das liegt daran einfach, dass der Bund sagt, wir haben hier sicherheitsrelevante Technik für die Bundesrepublik. Die zwei anderen Hauptaktionäre der italienischen Rüstungshersteller Leonardo unterstützt die Übernahme. Neben der geplanten Kapitalerhöhung ist auch die Aufnahme von neuem Fremdkapital in Höhe von 450 Millionen Euro. Auch nochmal vorgesehen, über den Kaufpreis wurde stillschweig vereinbart. Man schätzt ungefähr den Unternehmenswert von ESG auf 675 Millionen Euro. Und Hensoldt rechnet damit, dass die Übernahme im ersten Halbjahr 2024 schon abgeschlossen sein wird. Und ich persönlich sehe das natürlich wieder ein bisschen kritisch. Staatsbeteiligung, ja gerne, aber nicht so mit der Gießkanne. Also nicht mehr, na nicht, ist ja keine Gießkanne. Mit dem Dartpfeil immer so ein bisschen werfen, ja. Dart-Saison geht ja jetzt bald wieder los. Warum nicht schön über einen Staatsform mit der Gießkanne verteilen und sich so wirklich an den deutschen Unternehmen beteiligen? Und dann kann der Staat meines Erachtens nach auch viel besser eingreifen. Man sieht es ja immer wieder, wo haben sie sich damals zu Covid-Zeiten beteiligt bei CureVac und haben nicht auf Biontech gesetzt. Ich glaube, es wäre schon schlauer gewesen, hätte man in beide gleich viel investiert. Aber, naja, der Staat ist halt nicht der bessere Unternehmer. Du gehst jetzt mit uns, gehen wir nach Deutschland oder in die USA? In Deutschland, wir sind und bleiben in Deutschland beim DAX. Der Deutschen Merck, die musste nämlich heute zum Mittwoch, wie wir hier auch aufnehmen, einen doch herben Schlag gleich zu Beginn des Handels hinnehmen. Gleich morgens kam die Nachricht rein, dass ein Medikament, ein Kandidat gegen MS enttäuscht hat bei den Daten. Das Medikament heißt Evoprotinib. Und, naja, es war schon hoffnungserweckend, dass es durchaus gute Ergebnisse gegen MS auch erwirkt. Aber diese schwache Wirksamkeit enttäuschte eben auch den Markt und auch die Analysten dazu. Die Aktie ging erst 10 Prozent, dann später 14 Prozent ins Minus, als dann doch ein Boden gefunden wurde. Ich hatte kurz überlegt, aber vielleicht mal hier einen Trade-Ansatz, weil ja doch häufig auch ein Turnaround bei gerade so sehr stabilen und starken Aktien wie Merck stattfindet. Aber da habe ich mal drüber nachgedacht und dann habe ich mal angeschaut. Naja, es ist nicht die erste oder ja, die erste enttäuschende Nachricht zu einem, ich sage mal, guten Medikament oder aussichtsreichen Medikament dieses Jahr. Und da ist die Nachrichtentage natürlich immer relativ schwierig. Ich glaube, langfristig ist das kein Fehler, wenn man hier eingegangen wäre. Trotzdem kann diese schlechte Nachricht noch Nebenwirkungen haben. Und so meinen das auch die Analysten, dass es eben, naja, eigentlich schon von der Kommunikation des Managements nicht ganz so, naja, schön war, weil einfach so ein deutlicher Misserfolg weit vom Markt nicht erwartet wurde, sondern eher so, naja, gut, es gibt vielleicht ein paar Nebenwirkungen, aber dafür sind die Wirkungen trotzdem gegen MS sehr, sehr stark. Und ja, das ist eben nicht der Fall. Und insofern tut das natürlich hier wieder weh. Wir haben es jetzt auch schon bei anderen gesehen, bei Pfizer kommen wir halt später auch nochmal drauf, aber eben auch bei anderen. Aber es ist halt immer wieder so, dass Medikamente da auch durchaus scheitern können und dann hier ordentlich zusetzen und die 10 oder dann später 12, 13 Prozent, glaube ich, jetzt zum Zeitpunkt 20 Uhr, scheinen mir gerechtfertigt für die kurze Zeit, für die kurze Sicht. Mal sehen, wie das Portfolio das vielleicht wieder ausgleichen kann in Zukunft. Ist ja aber ein ganz spannendes Unternehmen, finde ich. Ich weiß gar nicht, wo ich den CEO mal gehört habe in einem Interview. Sie machen ja auch ganz viel diese Glaskristalle für die OLED-Displays etc. Also sie sind für mich auch wieder so ein klassischer deutscher Hidden Champion, den ich wahrscheinlich nicht aufzählen würde, wenn du mich fragen würdest, welche Unternehmen sind im DAX. Ich weiß nicht, würdest du sie in den Top Ten nennen? Ja, man vergisst sie immer wieder. Sie sind, glaube ich, der hittendste Champion, obwohl die ja eigentlich auch recht groß sind. Sind sie irgendwie immer unter dem Radar. Ja, sie tauchen meistens nicht auf, wenn es darum geht, welche Unternehmen im DAX sind. Und diese Woche war in Dubai. Ich war schon zweimal da, um auch dort fürs Klima zu protestieren. Und das haben mir dann einige nachgemacht diese Woche. Die Weltklimakonferenz in Dubai, Marcel. Und was ist auf einmal passiert? So am Rande, man hat es gar nicht so wirklich erst am Anfang mitbekommen, haben 22 Staaten bekannt gegeben, wir wollen die Atomkraft massiv ausbauen bis 2050. Anders seien die Klimaziele realistisch gesehen nicht zu erreichen. Und das bedeutet in harten Fakten, die Atomenergie soll verdreifacht werden. Und in dieser gesamten Gemeinschaftserklärung aus diesen 22 Staaten zu den Unterzeichnern zählen nahezu alle großen westlichen Industriestaaten, wichtigsten darunter natürlich USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich. Und in der Erklärung heißt es, eine Atomenergie habe eine Schlüsselrolle, wenn es darum geht, die weltweiten Treibhausgasemissionen bis 2050 auf null zu reduzieren und das 1,5 Grad Ziel in Reichweite zu halten. Die Staaten wollen ihre Zusammenarbeit stärken und rufen internationale Finanzinstitutionen dazu auf, in die Kernkraft zu investieren. Und das ist natürlich eine kleine Revolution, eine Renaissance, weil es gibt hier ja schon doch auch bahnbrechende Dinge, die man mit Kernkraft machen könnte. Aber es wurde natürlich nicht als wirklich nachhaltig eingestuft. Aber jetzt haben 22 Länder dieser Welt gesagt, jo, das wollen wir. Und das macht es dann natürlich auch wieder super interessant, auch für privates Geld, nämlich auch für private Investitionen. Und jetzt habe ich mir heute mal überlegt, wie könnte man das ganze Thema spielen. Als allererstes natürlich muss ich ganz klar sagen, beachtet unseren Disclaimer, weil ich bin investiert, also ich habe hier auch einen Interessenkonflikt, ich bin investiert bei BWX Technologies. Und ich glaube, viele haben sie nicht so auf dem Schirm, sie sind knapp 8 Milliarden US-Dollar wert. Aber sie sind ein amerikanisches Unternehmen und produzieren und verkaufen Nuklearkomponenten, primär in den USA und in Kanada. Das Unternehmen fertigt Komponenten für Reaktoren, verwaltet die Aufbewahrung von nuklearem Material, und engagiert sich in der Auftragsforschung und beliefert zudem auch noch das US-Militär mit Systemen, also zum Beispiel die ganzen U-Boote, Atom-U-Boote. Die laufen mit ihren Systemen, aber auch die Flugzeugträger. Und in dieser aktuellen Welt, man muss ja nur mal nach draußen schauen oder sich die Nachrichten leider anschauen, ist davon auszugehen, dass tatsächlich leider die Rüstung nicht abnehmen wird, sondern eher zunehmen wird. Und jetzt kommt noch dazu, also sie machen ja knapp, ich glaube, knapp 80 Prozent oder 84 Prozent der Umsätze mit diesem ganzen Bereich, alles, was sie für die amerikanische Regierung machen. Was ich auch erfahren habe, Marcel, als ich mich mit dem Thema und dem Unternehmen beschäftigt habe, ist, wusstest du, dass der amerikanische Staat selber Atomkraftwerke betreibt, um die Energieversorgung sicherzustellen. Okay, nein, wusste ich nicht. Nicht alles im Privatrand. Genau, und das machen sie zum Beispiel aber auch, lagern sie aus an BWX. Also hochspannendes Unternehmen ist jetzt vielleicht nicht das Unternehmen, was jetzt hier 30, 40, 50, 100 Prozent macht in den nächsten drei Monaten. Aber ich glaube, dadurch, dass sie auch so zertifiziert sind, sie haben die Kompetenz, werden sie in der Lage sein, dieses Thema in den USA und auch in Kanada richtig stark zu spielen, vielleicht aber auch natürlich in Großbritannien. Was hältst du von dieser Idee? Absolut viel, weil tatsächlich, wenn ich das Thema spielen würde, würde ich auch genau mit diesen Unternehmen gehen. Ich habe sie auf der Strong Buy-Liste, bin noch nicht investiert, also das mal noch zum Transparenz-Hinweis. Die Aktien im Top-Aufwärts-Trend, das darf man auch nicht vergessen. Also hier wird schon, ich sage mal, seit Jahren wirklich ein positives Chartbild gezeichnet. Und sie sind ja auch, ich sage mal, so innovativ, dass sie letzten Endes auch nicht nur das, was du schon gesagt hast, sondern auch, ich sage mal, eher an kleineren Kernreaktoren, die, ich sage mal, kaum noch Müll produzieren, also so eine Art Mikroreaktoren für am Ende ja auch die Industrie. Also wenn da irgendwo eine, ich sage mal, eigentlich eine BASF, zum Beispiel mit sehr viel, mit wirklich sehr viel Energiebedarf, könnte ich hier natürlich relativ schnell und, ich sage mal, auch relativ moderat und günstig, ja, ordentlich sauberen Strom erzeugen für die eigene Produktion, ohne jetzt das Gesamtnetz irgendwo zu belasten. Und es ist natürlich dann auch effizienter als so ein, naja, ein Riesendach voller Solarpanels. Es ist schön, wenn es das noch zusätzlich gibt, keine Frage. Ich glaube, da gibt es nach oben kein Limit. Aber ich glaube, dass man dadurch hier eine Chance hat, etwas Innovatives in die Welt zu tragen. Und ich bin mir nicht sicher, ob das auch, ob sie auch von diesem Polen-Deal, ne? Die haben ja auch relativ viele kleine Kraftwerke profitieren. Genau, also da profitieren sie auch tatsächlich. Hitachi hat bei ihnen bestellt. Und Hitachi ist Kunde von BWX. Also ich glaube, hier habe ich vielleicht mir einen Schaufelhersteller in das Depot gelegt, 8 Milliarden Dollar Bewertung. Dann haben sie natürlich auch noch, sie zahlen sogar auch schon eine Dividende, auch steigen, sie kaufen auch Aktien zurück. Also für mich ein solides Unternehmen. Aber Marcel, ich kenne dich ja. Und du bist ja, das R in Marcel steht ja für Rendite. Und jetzt habe ich eine Aktie für dich. Und du willst ja auch immer breit diversifizieren, nicht nur in Deutschland Aktien kaufen. Deswegen, Marcel, habe ich für dich noch ein Unternehmen aus Kasachstan mit dabei. Nämlich NAC Kasatomprom. Und das sagst du jetzt bitte 20 Mal hintereinander. Und dann sage ich dir, dass sie tatsächlich der größte Hersteller der Welt von Uran sind. Sie haben einen Marktanteil von 25%. Wahrscheinlich sind sie das einzige kasachische Unternehmen, das an der Börse gelistet ist. Also hoch spekulativ natürlich sind wir uns einig. Aber ist es wirklich so spekulativ, wenn man 25% des Marktes beherrscht? Was denkst du? Ja, also es ist natürlich eine wirkliche Beherrschung. Und ich sage mal, sie sind ja auch dran geblieben. Die haben jetzt nicht ihr Geschäftsmodell gewandelt, weil jetzt hier die Welt sagt, es wird immer gefährlicher mit ganzen Uran und Co. Ja, kann man machen. Ist vielleicht ein schönes Beibring. Für mich ist es immer nichts, weil im Prinzip alles, was so die Rohstoffe selber sind, da bin ich immer raus, muss ich ehrlich sagen. Da würde ich eher tatsächlich in die Technologie, in die neueste Technologie investieren, wo auch wirklich noch mehr Wachstum drin ist. Natürlich wird Casa Tom Brom auch davon profitieren. Ich würde es bloß anders spielen. Das ist einfach nicht meins. Die Aktie hat unglaubliche 200% in fünf Jahren hingelegt. Deswegen, also es gibt ja recht. Du willst es ja noch ein bisschen spekulativer. Noch ein bisschen, ja. Und deswegen habe ich für dich New Scale Power Corporation. Und sie sind ein Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und den Bau von fortschrittlichen Kernreaktoren spezialisiert hat. Das Unternehmen wurde 2007 gegründet und macht diese SMR-Reaktoren. Und das heißt Small Modular Reactor. Also kleine skalierbare Atomkraftwerke, die man eigentlich überall hinstellen kann. Und die sind aber auch brutal runtergekommen, oder? Ja, genau. Es sind natürlich, also auch recht spekulativ, jetzt auch noch nicht wirklich lang am Markt. Es ist natürlich auch eine innovative Technologie, aber eher sollte man wahrscheinlich nicht unter den Top 30 Positionen im Depot halten, sondern hier vielleicht wirklich als Spekulation mitnehmen. Ja, wäre ich aber auch wieder eher bei BWX. Na dann, habe ich jetzt noch eine letzte Frage an dich, Marcel. Hast du eigentlich früher in deinem Leben viel geraucht? Tatsächlich gar nicht, ne? Also du bist ja, ja, innerhalb eines Umdrungs, der vielleicht ein bisschen stärker ausgefallen ist, wo ich dann vielleicht nicht mehr ganz so gut rankam an den Zigarettengeschmack. Meine Eltern haben geraucht. Gestern Abend war das. Ja, genau, auf dem Weihnachtsmarkt, na klar. Nein, also war für mich noch nie was, aber ich finde das Geschäft natürlich immer sehr spannend. Ich habe es eigentlich schon immer mit großer Freude ja, als Investor begleitet. Also natürlich das normale... Ich habe mit großer Freude es probiert. Naja, ist halt am Ende natürlich ein sehr hoch profitables Geschäft. Das ist, glaube ich, nicht das Thema. Und nun hat BAT heute eine ganz wahnsinnige Nachricht rausgehauen. Und zwar, die schreiben, oder die Tabakrise schreibt 25 Milliarden Pfund ab. Also sprich 29,2 Milliarden Euro aus dem bestehenden Portfolio, was eben jetzt nicht mehr ganz so viel wert ist. Das ist einfach mal heute abgeschrieben, die Bayer-Aktie. Also der ganze Bayer-Konzern ist im Prinzip einmal heute in den Büchern zusammengeschrumpft bei BAT. Der Konzern äußerte sich mit buchhalterischen Anpassungen an die Realität. Naja, und die Gründe sind natürlich sinkende Zahlen bei Rauchern. Gerade auch in den USA merkt man das ziemlich stark. Der Umstieg auf die E-Zigaretten und natürlich auch die, naja, etwas günstigeren Zigaretten, die jetzt eher gewählt werden vom Kunden als, ich sage mal, die klassischen hochpreisigen Marken. Und deswegen soll das Wachstum in diesem Jahr, naja, mit 3 bis 5 Prozent nicht wahnsinnig hoch ausfallen. Das war wahrscheinlich auch von Analysten, sagen auch Analysten, etwas schon eingepreist, dass jetzt nicht das Riesenwachstum da ist. Aber nächstes Jahr soll es eben auch bloß ein niedrig einstelliger Bereich sein. Das E-Zigaretten-Segment von BAT erreicht dieses Jahr schon die Gewinnschwelle und soll nächstes Jahr richtig profitabel werden. Und die Alternativen sollen bis 2035 schon die Hälfte des Umsatzes des Konzerns ausmachen. Also auch nicht ganz schlecht, wenn man das jetzt mal langfristig sieht. Am Ende sind die Alternativen natürlich noch gewinnbringender, wenn sie in der Masse verkauft werden. Nicht umsonst machen auch die Tabakfirmen eher Werbung für natürlich jetzt nicht mehr das klassische Rauchen, sondern eben all die Alternativen, die es eben auf diesen Märkten gibt. An der Spitze sind es 8 Prozent Minus für die Aktie. Das ist natürlich für einen Defensivwert wie BAT eine, das ist sehr, sehr stark und sehr üppig. Das tut weh für alle, die investiert sind. Und naja, wenn man halt die 10 Prozent Dividendenrendite jetzt so betrachtet, sind natürlich jetzt 8 schon mal weg. Wir sind ja jetzt bei 11, 11 Prozent Dividendenrendite angekommen. Dann bleiben drei plus, wenn man es jetzt ein Jahr hält und das jetzt mal vorher schon, also kurz vorher eingestiegen wäre. So wie ich zum Beispiel in den Jahr investiert. Ja, mit einer kleinen Branche. Aber klar, man kann ja nachkaufen, wenn man sagt, die Dividende nehme ich mit. Die ist auch in unseren Augen, Philipp. Ich glaube, da sind wir uns eigentlich relativ moderat und sicher. Richtig, 60 Prozent Ausstellungsquote. Also das passt schon. Und sie wollen ja trotzdem, klar, sie wollen weniger wachsen, aber trotzdem sollen die Gewinne steigen und auch die Dividende soll wahrscheinlich erhöht werden. Und jetzt legen wir aktuell, wie gesagt, bei glatten 11 Prozent und man zahlt nur noch ein KGV von 6,3. Also das ist schon eine extrem günstige Aktie und ich gehe davon aus, dass wir in 6,3 Jahren mehr Raucher auf der Welt haben werden als heute. Ich überlege sogar, wenn ich Geld hätte, würde ich gerne nachkaufen. Ich sehe es auch so ein bisschen wie so ein Pflaster, wie so ein altes Nikotin-Pflaster, was sich jetzt die Leute, die hier beim Rauchen aufhören wollen, runterreißen und sagen, ne, jetzt erst recht hier die Lucky Strikes für meine Bad-Aktien. Nein, Scherz beiseite. Also wir haben ja auch einen neuen CEO seit Juli und ich glaube, er hat sich jetzt auch endlich mal an diese Kuh herangetraut, diese Abschreibung. Und Marcel, ich muss dir jetzt eins sagen, diese Abschreibung ist gigantisch, aber ich finde die Kursreaktion relativ moderat. Das heißt, hier wurde schon am Anfang eingepreist irgendwann, dass man diese Kuh vom Eis holt und ganz ehrlich, diese Kuh ist nicht eingebrochen. Also ein 8 Prozent Rücksetzer, ist für mich noch nicht, die Kuh ist wirklich eingebrochen. Für mich ist die Kuh vom Eis und das Eis hält auch noch. Ja, du hast das Pflaster gerade angesprochen. Ich glaube, das ist auch hier ein Pflaster, was halt einfach mal notwendig war und das ist auch keine zahlungswirksame Abschreibung. Das heißt, also wir möchten uns mal erinnern an Audria, die Joule übernommen haben für, ich weiß nicht, 13 Milliarden, zum Teil natürlich nur, also 35 Prozent der Anteile, glaube ich. und dann relativ schnell aufgrund des ganzen Desasters mit Joule und um Joule dann, ich sage mal, schnell Abschreibungen vornehmen mussten von Quartal zu Quartal, hier eine Milliarde, da zwei, da drei. Das ist natürlich dann schon eher zahlungswirksam, weil das natürlich erst passiert ist. Aber das Portfolio von BAT ist ja schon viele, viele Jahre im Konzern und jetzt geht es eigentlich nur um die Bewertung im Inneren. Um zu sagen, ja, statt 80 Milliarden Portfoliowert haben wir eigentlich jetzt 30 Milliarden Euro weniger. Das ist im Prinzip zwar, tut trotzdem weh, aber ist sicherlich kein Todesurteil für die Aktie. Aber der Abwärtsrend hängt trotzdem erstmal. Wir haben ein neues Tief gesehen, darf man auch nicht vergessen, kann also noch weitere Verluste zuführen. Also, aber am Ende des Tages, du sagst, es ist günstig bewertet. Ich glaube, die Chancen-Riesen-Verhältnis ist einfach groß und wer jetzt generell nichts dagegen hat, in solche Tabakfirmen auch zu investieren, der kann hier durchaus gut profitieren, glaube ich, langfristig. Eine Investment-Idee haben wir heute mitgebracht, lieber Philipp. Eine erneute, also ein Backup sozusagen. Wir haben es uns wieder rausgezogen. Erzähl uns doch mal. Ja, also das ist Hershey erneut. Warum? Es ist ein doppelter Boden. Zumindest wird diese angedeutet innerhalb des langfristigen Aufwärtstrends. Die Korrektur war ja scharf bisher und hatte jetzt schon einmal eine Gegenbewegung gefunden. Jetzt ging es nochmal zurück auf dieses Tief. Und das scheint zu halten, zumindest Stand heute. Und das könnte durchaus eine Chance sein. Doppelter Boden heißt auch, wenn es dann wieder nach oben geht, dass es da auch schnell mal eine Gegenbewegung kommen kann. Man erinnert sich, eine fast V-Bewegung, beziehungsweise ein W in dem Falle dann. Das sieht man sehr, sehr häufig. Und das kann zu einer großen Tasse führen, zum Beispiel. Also charttechnischerseits, Tasse mit Henkel, wie auch immer. Das kommt darauf an, was da jetzt die nächsten Wochen noch passiert. Aber könnte eine gute Chance sein, gerade auch, weil der Support der gleitenden Durchschnitte und Co. alle noch mit Halt geben. Könnte eine gute Chance sein, um hier die Position nochmal aufzustocken. Ich bin investiert, wir sind über unseren Fonds investiert und ich könnte mir gut vorstellen, dass ich hier die zweite Position dazusetze. Wollen wir hier eigentlich nochmal nachkaufen? Können wir eigentlich gern tun. Dann würde ich vorschlagen, also erstmal loggen wir uns jetzt nochmal bei unserem heutigen Werbepartner, der Konsorsbank, ein. Und dadurch, dass uns das Depot zusammengehört, möchte ich dich jetzt bitten, mir hier Freigabe in unseren Tresorraum zu ermöglichen. Ja. Und da müssen wir natürlich auch wie immer die nächsten Anteile kaufen, ja. Ganz, ganz wichtig. Und dann kaufen wir auch gleich noch über unser Wikifolio, über unseren Fonds, kaufen wir noch Hershey's nach. Und wir haben ja auch, muss man auch sagen, einen wunderschönen ETF-Sparplan auch hier schön am Laufen. Und der läuft, läuft, läuft und läuft. Marcel, wir machen nichts. MSCI World, 100 Euro im Monat investieren wir. Und wir haben angefangen am 1.2.2023 und sind schon 7,13% im Plus. Du wirst nichts tun, ja. Also, wir haben mehr bekommen als auf dem Tagesgeld. Wir sind an den größten Unternehmen der Welt beteiligt. Und das macht natürlich auch auf jeden Fall Spaß. So, dann würde ich vorschlagen, Marcel, wir kaufen wieder fünf weitere Anteile. Und ich möchte dich einmal bitten, das auch freizugeben. Also, es geht auch super schnell. Weil ich bin schon seit Jahren, schon geschehen, ich bin seit Jahren auch gerne Kunde tatsächlich bei der Konsorsbank, privat, aber jetzt natürlich auch noch mit dir zusammen. Also, ich freue mich hier auch tatsächlich sehr. Und weißt du, was mir auch richtig gut gefällt an unserem Wikifolio? Dass wir hier natürlich auch selber Skin in the Game haben. Wir haben jetzt über 8.000 Euro hier auch selber investiert. Wir bedanken uns. Wir sind über 12.000 Euro investiert bei allen Aktionären und Investoren mit dabei. Und wir hatten ein glückliches Händchen, nämlich bei der Market Access Group. Wir sind schon 15,8 Prozent im Plus. Ja, die ist ausgebrochen die Woche. Also, für alle, die die auf dem Schirm hatten, es ist doch nicht zu spät, theoretisch. Denn wir wissen ja, wenn sie einmal läuft, dann ist sie fast unaufhaltsam. Aber wenn sie einmal fällt, dann auch. Das heißt, also, wir müssen sie hier wirklich, du hast sie bitte für uns auf dem Schirm. Und ich würde tatsächlich vorschlagen, dass wir jetzt nochmal, wir haben 135 Hershey-Anteile, das wir vielleicht jetzt nochmal, wollen wir verdoppeln? Doppelt oder nicht, sagt man so schön. Wie bei einem deutschen Bankautomaten. Wie bei einem deutschen Bankautomaten. Gut, dann muss ich mich jetzt hier auch nochmal authentifizieren. Also, wie gesagt, wir bedanken uns auch bei allen, die uns das Vertrauen entgegenbringen. Wir sind hier selber investiert. Und ich glaube, mehr als das, ja, das zeigen, wie wir dahinter stehen, indem wir auch hier selber völlig transparent investieren, kann man gar nicht anders zeigen. Zack, der Trade ist ausgeführt. Und sämtliche Links zum neuen Consus-Bank-Depot von dir, sowie natürlich auch zu unserem Wikifolio, gibt es in den Shownotes. Und ich muss sagen, nochmal, ist der Finger oben, wird man dich loben. Und mein Top der Woche ist tatsächlich das Start-up aus Deutschland, nämlich Trade Republic. Und sie erhalten eine Vollbank-Lizenz. Und sie sagen selber, der Mitgründer Christian Hecker im Gespräch mit dem Handelsblatt, es ist einer der wichtigsten Meilensteine in unserer Geschichte. Vielleicht sogar der wichtigste seit der Gründung. Die Vollbank-Lizenz ist ein absolutes Gütesäge für Trade Republic. Und unsere Kunden eröffnen sich damit ein neues Kapitel. Letztes Jahr konnte man die Bewertung auf 5 Milliarden Euro auch nochmal steigern. Man hat nochmal 250 Millionen Euro eingenommen. Und dank der Vollbank-Lizenz kann Trade Republic jetzt auch bald Girokonten, Tagesgeld, Festgeld etc. anbieten. Und ich kann nur sagen, Hut ab, das Unternehmen wurde tatsächlich erst, ich glaube, 2015 gegründet, dass sie das so in dieser kurzen Zeit, in 8 Jahren, aufgebaut haben. Also deswegen Chapeau, ich ziehe den Hut. Absolut. Ja, also Hut ab, klasse Entwicklung. Und natürlich auch wichtig für die Aktiengesellschaft oder Aktiengemeinschaft in Deutschland, dass man hier auch mal wieder ein bisschen das Thema auf den Schirm bekommt. Und das hat ja auch gut geklappt. Und das hat Trade Republic auch, glaube ich, so ein bisschen begonnen. Schön, dass die anderen auch nachgezogen sind und auf diesem Fahrwasser da mitschwimmen. Mein Top der Woche, ungewöhnlich, Philipp, weil eigentlich nicht so oft. Aber man muss es einfach sagen, der DAX ist noch allzeithoch. Ja, der DAX ist mein Top der Woche. Und warum allzeithoch? Ja, also Hut ab. Es ging recht schnell dann nach dem Ausbruch Richtung 16.500 Punkten. Und der Ausbruch könnte jetzt natürlich auch für kurzfristige weitere Anstiege sorgen. Das ist einfach ein klassisch charttechnisches Thema, dass es eben dann erst mal neuere Höhen gibt und danach erst mal wieder einen Rücksetzer auf die alten Hochs von, also auf die 16.500 quasi zurück. Und jetzt fragt man sich wahrscheinlich, was wäre denn der DAX eigentlich ohne Zykliker? Denn von den ganzen 40 Mitgliedern gibt es eigentlich gar nicht so viele, die das ganze Schiff hier ziehen. Und ich habe mir mal die kurze Mühe gemacht, zu schauen, wer hier eigentlich so, naja, roundabout am, Ja, so roundabout am Allzeithoch ist, das sind gar nicht viele, Philipp. Also Siemens, Airbus, Allianz, Beiersdorf, Brentag, die Deutsche Börse, Deutsche Telekom, wenn man zumindest mal jetzt die letzten 10 Jahre mit heranführt, Hannover Rück, E.ON, zum Teil Infineon, Rheinmetall, München Rück und SAP. Sind eigentlich nur die einzigen, die, ich sag mal, das Schiff ziehen, ganz besonders stark SAP und München Rück, denn die sind davon gelaufen. Rheinmetall-Recht, München Rück, Wahnsinn, tolle Performance, wenn man bedenkt, dass alles andere eigentlich eher, naja, seitwärts lief, hier und da auch wirklich so viele Unternehmen, die sehr, sehr schlecht performt haben innerhalb des DAXes. Und da muss man sagen, Hut ab, dass man hier wenigstens ein paar Dickschiffe haben, die dieses, ja, dieses komplette Vehikel DAX da irgendwie noch auf Kurs halten. Und immerhin, wer auf den DAX gesetzt hat, hat zumindest hier eine positive Nachricht. Man muss natürlich sagen, lasst euch aber von der DAX Entwicklung nicht blenden, weil selbst wenn ihr einen ETF auf den DAX kauft, der ausschüttend ist, werdet ihr niemals diese Renditen erwirtschaften, weil der DAX betrügt sich selber. Ich weiß gar nicht, ob das Tier das auch macht, aber es ist einfach so, die Dividenden werden nicht abgezogen bei diesem Index. Das bedeutet ja eigentlich, über den Zins, Marcel, müsste dieser Index irgendwann exponentiell nach oben schießen, oder? Ja, tendenziell schon, aber es gibt natürlich mathematisch dann echte Bremsen, die vor allen Dingen natürlich der Zyklik bedingt, man kann es ein paar Banken nennen, man kann den Automobilsektor nennen, der natürlich nicht einfach nur nach oben durchzieht, über die Jahrzehnte hinweg, insofern wissen wir ja, wo der Schuh drückt. Es gibt ein paar Änderungen bei den kleinen Geschwistern vom DAX, beim MDAX und SDAX, hast du das mitbekommen? Nein, sag's uns. Ab dem 18. Dezember wurde heute bekannt gegeben, im MDAX, äh, MDAX, nicht DAX, werden Aroundtown, Sictronic und Krones aufgenommen, weißt du, wer uns verlassen wird? ProSiebenSat1, Dürr, Befesa, werden in den SDAX gehen müssen. Im SDAX kommt es zur Aufnahme, also ProSiebenSat1, Dürr, Befesa, Shot Pharma, Mutaris, KSB, wird dabei sein. Also ziemlich cool und beim MDAX kommt noch dazu, Zayel Network und, äh, Secunet sind auch mit dabei. Also, ja, ziemlich cool. Ähm, Elon Musk hat ja Twitter gekauft, in Exo unbenannt. Ich finde die Plattform wirklich gut, tatsächlich, aber es ist natürlich, ich finde es ist so wie auf Instagram. Mit den Reels, du kriegst halt irgendwann nur noch alles aus deiner Bubble zugeschossen. Ähm, finde ich aber ganz cool. Also für Investmentideen kann ich es wärmstens auch nur weitergeben. Äh, aber immer mehr Konzerne wie Apple, IBM oder Disney wenden sich jetzt von der Plattform ab und Elon Musk sagte auf einer Veranstaltung in Richtung der Werbekunden Go fuck yourself, die ihre, ja, Werbeausgaben hier reduzieren. Und jetzt hat aus Deutschland auch bekannt gegeben Aldi. Aldi Nord wird sich Anfang 24 komplett zurückziehen. Und was ist passiert? Anfang November hat man einen Beitrag mit einem dunkelhäutigen Model gepostet und die Nachrichten darunter waren mehrere hundert rassistische Kommentare und das geht einfach nicht. Punkt. Ja, und deswegen mein Flop der Woche. Lieber Elon, deine Biografie ist toll. Du hast vieles richtig gemacht in deinem Leben. Kümmere dich jetzt um dein Baby, dass das in der Spur läuft, weil wir brauchen Meinungsfreiheit, ganz wichtig, aber ich sag's immer wieder, meine Meinungsfreiheit hört dabei auf, wenn ich andere Leute beschmutze, andere Leute beschmutze, wehtue oder die Freiheit von anderen Menschen beeinflusse. Und ich glaube, er merkt es einfach tatsächlich, es gibt einen richtig starken Einbruch der Werbeumsätze, minus 54,3% laut dem Handelsblatt. Jetzt haben wir nur noch anstatt 4,1 Milliarden Dollar nur noch 1,9 Milliarden Dollar. Die Gewinner sollen hier sein, tatsächlich Meta und LinkedIn. Das ist natürlich auch sehr interessant. Warum nicht Alphabet? Aber ja, mein Flop der Woche, Elon Musk mit GoFuckYourself. Ja, also ich glaube Alphabet deswegen nicht, weil es nicht ganz so speziell in einem Social Media ist, weil Social Media kannst du ja noch ein bisschen besser, kannst du es einfach in diese Timeline mit reindonnern. Das kannst du ja bei Alphabet jetzt nicht unbedingt oder bei Google, das sind ja andere Arten der Werbung. Vielleicht ist es deswegen nicht mit aufgegeben, aber ich glaube, all das, was irgendwo weggeht an Werbung, wird woanders wiederfindbar sein und da der Markt ja eh wächst, ist das für Meta und LinkedIn sicherlich positiv und für Alphabet am Ende ja auch. Die Frage ist nur, wie viel werden diese, naja, Rücksetzer bei X oder X wirklich Gewicht haben bei den doch hohen Umsatzzahlen von Meta, von Microsoft, LinkedIn oder eben auch von Alphabet. Ja, geht gar nicht, muss man nicht drüber reden. Genie und Wahnsinn und eigentlich geht es ja eher um die 100 Nutzer, die da rassistische Kommentare machen. Jeder rassistische Kommentar ist einer zu viel, es ist einfach nur traurig und ja, ja, ehe man jetzt schon wieder hier Puls kriegt und nichts ändern kann, würde ich sagen, gehen wir direkt zu meinem Flop und da kriegt der ein oder andere vielleicht auch Puls, keine Ahnung, weiß ich nicht. VW streicht zwei Modelle. Ja, zu Recht, mein Flop. Ganz cool. Ich habe noch, sie müssten noch ein Modell streichen. Ich habe einen riesen Fehler gemacht, nämlich bei Six, ich habe aus Versehen einen Mietwagen mit Schalter angewählt. Ich muss den morgen auf jeden Fall tauschen, weil ich bin nicht mehr in der Lage, wirklich Schalter zu fahren. Also meine Empfehlung, oh Gott, hör auf. Klasse, Philipp, ich kann es dir richtig vorstellen. So stelle ich mir Treckerfahrten vor. Und es kann aber auch an dem VW-Modell liegen, was man mir dann noch unter den Hintern gesetzt hat. Also liebes VW-Management, wir wissen ja, Herr Blume, Sie hören ja hier auch zu, wenn Sie nicht zu sehr mit VW und Porsche beschäftigt sind. Bitte streichen Sie auch den VW Tiguan aus Ihrem Sortiment. Warum? Diese Software. Ich bin in Düsseldorf aus dem Parkhaus gefahren, Marcel und dann bin ich blind gefahren, weil der mich auf dem Navi immer wieder versetzt hat. Ich dachte hier, ich reise zwischen Raum und Zeit hin und her. Da war ich mal in der Straße, in der Straße, in der Straße und es hat bestimmt, lass mich nicht lügen, du weißt, ich bin jemand, der nicht gerne übertreibt. Lass es mich gute drei, vier Minuten gedauert haben, bis ich tatsächlich wusste, wo ich bin. Und siehe da, ich war schon fast in Köln. Nein, das war jetzt der Spaß beiseite, aber es hat mich echt genervt. Es hat mich wirklich genervt. Ich kann es bestätigen. Ja gut, ich glaube, die Software bleibt halt, auch wenn du einen Golf oder Passat halt hinstellst und so viel schneller wird es halt nicht. Das ist einfach das Problem, was man halt verpasst hat. Aber das Desaster geht ja hier eben weiter. In Zwickau und Dresden werden ja die Elektromodelle gebaut und da werden eben jetzt zwei Modelle vom Band geholt, wegen natürlich der schwächelnden Nachfrage. und dazu kommt natürlich, dass man auch gewisse Mitarbeiter dann auf die Straße setzt, beziehungsweise dessen Verträge man nicht verlängert. Das ist ja zumindest eine humane Art und Weise, Personal abzubauen, denn diese befristeten Verträge waren nun mal eh befristet. Dafür ist ja so ein Vertrag nun mal da. ID.3 und Cupra Born, also sprich eigentlich die Geschwistermodelle, die sehen ja nahezu gleich aus, andere Logos und innen ist Cupra Born wahrscheinlich ein Ticken wertiger, so wie ich es mir sagen lassen habe, von Menschen, die dort arbeiten. Weiß, Philipp, ich komme aus der Ecke, daher einige Kontakte, die da auch durchaus mitreden werden. In Teil der Information. Na, das ist zu viel gesagt, das ist zu viel gesagt, wenn es so wäre. Genau, wenn man jetzt bedenkt, wie lang es dauert, also man hört ja dann doch immer wieder von der Entwicklung, von der Idee bis zur Entwicklung, bis hin zum Konzeptfahrzeug, bis hin dann auch zur Marktreife und zur Massenproduktion, ist es ja doch ein ziemlich langer Weg, da gehen einige Jahre und natürlich auch sehr viel Geld, finanzielle Ressourcen da drauf und jetzt hat man hier gleich zwei vom Markt geholt. Das ist schon bedenklich und das tut natürlich weh. Ein heftiger Schlag, aber klar, der Markt regelt das, wenn es keiner fahren möchte und wenn man es dann auch nicht mehr mit Schleuderpreisen rausschmeißen kann, weil man es einfach, weil es trotzdem keiner möchte oder man dort einfach zu hohe Verluste macht, wird es dann eben schon schwierig. Aktuell werden in Sachsen noch der ID.4, der ID.5, also die größeren Modelle sowie zwei Audi-Modelle gebaut, die dann wahrscheinlich auch ein Ticken besser sind oder vielleicht auch besser ankommen beim Kunden. Ja, das kann man ja vielleicht auch so eher sagen und der Markenchef Thomas Schäfer sagte eben, ohne wichtige Einschnitte geht es nicht. Das hat er schon vorher so angekündigt, vor einigen Monaten und jetzt müsste man ja eigentlich mal ganz kühl draufschauen sein. Ja, müsste man vielleicht auch mal für die Dividende wieder den Gedankengang mitgehen. Macht es nicht Sinn, dass man die Dividende, die man hier ausschüttet, auch mal durch aus Richtung Entwicklung der, naja, Folgemodelle, der Nachfolge, also irgendwas, wir hatten ja auch gesagt, sie wollen den 25.000-Euro-Markt angreifen. Ich bin gespannt, wie das gehen soll, wenn sie es nicht mal mit einem ID.3 oder einem Cupra Born schaffen, die ja eigentlich die Größe für genau diesen Markt darstellen, also als Fahrzeugtypen. Naja, ich bin skeptisch weiterhin. Ich glaube einfach, dass selbst bei den Nigelnacken neuen Fahrzeugen, die man von VW kriegt, hat man einfach eine Software, die sehr, sehr lahm ist und das ist schade, weil man, ich sage mal, in der Zukunft einfach auch, naja, nach und nach so dieses technische Verständnis der Software irgendwo auch mit einbauen müsste und das sehe ich ja gar nicht beziehungsweise auch natürlich, dass die Gelder völlig falsch verwendet werden, klar, jetzt würde einer dann sagen, 20% Niedersachsen, die werden natürlich diese Einnahmen für das Land nicht weggeben wollen, ist ja auch keine Frage, aber es ist halt einfach nicht im Sinne des langfristigen Geschehens des Unternehmens. Das finde ich sehr bedenklich und deswegen mein Flop der Woche. Was soll ich da? Sollen wir da noch sagen? Nur sagen, ja. Also, ja. Mehr kann man dazu eigentlich gar nicht sagen. Lassen wir es so stehen. Was ich total interessant finde, ist die Volkswagen Gruppe, ja, macht eine Hauptversammlung, eine physische, 2023, haben sie die physisch gemacht in Berlin und jetzt dachte ich mir, Mensch, dann gehen wir doch mal zusammen nächstes Jahr, aber die wird jetzt am 29. Mai 2024 ohne physische Präsenz stattfinden. Warum? Die wissen ganz genau, dass wir würden da hinkommen. Eine müssen wir, eine müssen wir eigentlich nächstes Jahr besuchen. Bayer Hauptversammlung 2024. Bayer wird abenteuerlich genug. Ja, Bayer wird abenteuerlich genug. Davon bin ich überzeugt. Aber wann ist die? Da steht noch nicht, ob die live in persona ist oder nicht. Naja, ähm, kommen wir zu unserem Q&A heute und, ähm, ich würde sagen, ich, äh, würde die erste Frage vorlesen. Oder machst du? Du liest vor, wie du möchtest. Wir können uns ablesen. Ich fange mal an. Hi. Ich will euch gleich von jeder Haftung freisprechen. So gefällt uns das, denn es ist erstmal ganz wichtig, das vielleicht schon mal vorweg zu werfen, nochmal, ähm, ja, also wir sind weder Häsier noch wahnsinnig historisch erfolgreiche Investoren. Wir wollen einfach nur das Thema Aktien und, äh, das in Alterssorge einzubauen. Einfach mitgeben als Idee, als, äh, so wie würden wir es machen? Müsst ihr es bitte nicht so selber nachmachen? Wie könnt ihr eure eigene Meinung bilden? Das alles ist wirklich wichtig zu wissen und auch noch zu verstanden zu haben. Marcel, lass es uns ganz einfach machen. Wenn du eine Frage vorliest, liest du sie mir vor. Das heißt, du bist in der Situation und wenn ich eine Frage vorlese, bist du in der Situation und somit Toller Move. Toller Move. Aber ich glaube, die Leute verstehen, was wir meinen, aber, äh, erzähl mal. Ja, äh, wenn ich vom MSCI World 17 der Top 20 habe, macht es doch eigentlich mehr Sinn, den ETF abzustoßen und den Rest zu behalten. Danke, mach weiter so. Was sagst du, Philipp? Ja, ähm, ja, also, man muss jetzt immer so sehen, ja, also, heute die Top 17 müssen nicht nächstes Jahr die Top 17 sein. und, äh, vor 20 Jahren war der MSCI World anders in den Top 17 als heute sogar schon wahrscheinlich vor 5 und somit würde man wahrscheinlich relativ oft auch hin und her handeln und für mich ist ja der, oder für uns ist ja der ETF auf den MSCI World der Sparplan einfach ein Basisinvestment, was man einfach durchlaufen lässt und sich gar nicht so große Gedanken macht. Also, ich persönlich zum Beispiel, ich hab das ja, also meine Frau und ich, wir besparen ja jeden Monat den MSCI World, ja, und ich habe das in meiner ganzen Depotübersicht, habe ich das Ding gar nicht drin. Also, selbst wenn ich mich jetzt dazu entscheide, zum Beispiel eine Microsoft zu haben, die sind ja auch in den Top 17, dann sehe ich das für mich nicht als Klumpenrisiko, weil ich trenne meine ETFs-Investments sowie meine Aktieninvestments-Einzelwerte komplett voneinander. ETF muss ich mich nicht drum kümmern, da kümmern sich intelligente Menschen drum, da zahle ich eine kleine Gebühr, bin in den größten 1800 Unternehmen der Welt investiert und lass das Ding einfach laufen, da mache ich mir auch keine Platte. Also, warum denn dann nicht die Top 20, warum denn die Top 17 oder warum nicht die Top 16? Also, ich würde das hier differenzieren und ich glaube, klar, man kann sagen, man hat ein temporäres Klumpenrisiko, wenn man in den Top 17 dabei ist, weil die stehen natürlich für einiges an Power, aber das wird wahrscheinlich in einem Jahr oder zwei schon wieder ganz anders aussehen und dann könnte man sich ärgern, Mensch, warum habe ich jetzt gerade den aus den Top 17 verkauft oder den nicht und nee, nee, also ich sehe hier nicht den großen Zusammenhang, ich glaube, ich habe es auf den Punkt gebracht, wie siehst du das? Ja, ich würde es auch trennen, tatsächlich, also einfach gedanklich trennen, weil klar, man verschließt sich, also man könnte die 17 oder wenn es auch die Top 20 wären am Ende, könnte man die zwar halten und sagen, ich den ETF stoße ich ab, verschränke mich dann oder ich habe dann nicht die Chance auch von dem 21. oder von denen da noch folgenden, die vielleicht einen rasanten Aufstieg haben, ja, kann mich da im Prinzip nicht mit beteiligen, auf der anderen Seite gehe ich vielleicht auch das Risiko, dass welche, die vielleicht auf Platz 1799 stehen und eigentlich eh vor der Gurke stehen, dass sie dann im Prinzip, aber das Risiko ist ja natürlich kleiner, als vielleicht die Chance mit nach oben zu nehmen, und deswegen trennen sehe ich auch so wie du einfach beides und wenn man sagt, die 17 von diesen Top 20 sind halt einfach nochmal es wert, extra investiert zu werden, dann hat man vielleicht sogar noch einen besseren Hebel, weil das sind ja offensichtlich auch die Größten, die da beim ETF ja auch mit dabei sind, insofern kann man das wahrscheinlich einfach auch so machen, ich würde es einfach trennen, gedanklich. Perfekt. Nächste Frage, Marcel, kannst du mal erklären, wie genau du eine Discounted Cashflow Analyse, durchführst und worauf du achtest? Ja, das kann ich jetzt ganz einfach machen, ich habe mich damit ehrlich gesagt nie beschäftigt, also ich bin immer kein großer Fan von sich totrechnen, von zu vielen, also meine fünf oder sechs Leitlinien, was ich vorher mir erkläre, warum und wie, wieso habe ich in irgendein Unternehmen investiere, die sind für mich Grund genug zu investieren und du hast dich ja glaube ich wirklich mal mit der Discounted Cashflow Analyse wirklich beschäftigt und das mal auseinandergenauert, du bist auch nicht hängen geblieben daran, richtig? Nein, weil der Grund ist auch einfach, jetzt sind die Zinsen wieder oben und jetzt, man ist ja dann immer davon ausgegangen, dass das Zinsszenario gleich bleibt und man bleibt immer, ach, also, für mich, ich steige da auch nicht so durch und was ich nicht verstehe, kümmere ich mich nicht drum. Das ist, es gibt so viele andere Möglichkeiten, eine Aktie zu bewerten. Am Ende des Tages, machen wir uns doch mal nichts vor, ist eine Aktienbewertung, die wir alle als Laie durchführen, ist ja eigentlich nur dafür da, um uns zu bestärken in der ganzen Argumentation, dass wir sagen, jetzt ist die Aktie günstig, jetzt muss ich kaufen, aber wenn man, also für mich persönlich kann, die Leute sagen immer, ja, Discounted Cashflow oder nicht, die Leute, einige sind der Meinung, das ist der heilige Gral, aber niemand hat die Zinserhöhung kommen sehen, jetzt sehen sie auf einmal alle wieder Zinssenkungen. Am Ende des Tages, ich glaube nicht, dass es immer alles so kommt, wie es vorhergesagt wird, weil die meisten Sachen, die die Märkte beeinflussen, sind ja Sachen, die nicht da sind, also die sogenannten Exogenen-Schocks. Ukraine, Israel, Öl etc., das sind ja Sachen, die die Märkte treiben und das vorherzusagen, wer das kann, der macht das gar nicht öffentlich, weil der verdient so viel Geld, indem er Short geht oder Long geht etc., aber nichtsdestotrotz, ich glaube, wenn man eine Discounted Cashflow Analyse nicht versteht, dann geht man weiter, dann guckt man sich das nächste Modell an, bis man was versteht. Ja, beziehungsweise wie gesagt, also Rechnen und Kennzahlen, du sagst es schon, das ist nochmal ein fundamentales, ja ich sag mal Gimmick für die Entscheidung am Ende, man hätte es zum Beispiel nicht berechnet, wenn man nicht vorher das Geschäftsmodell nicht gut gefunden hätte, würde ich jetzt mal behaupten, also wahrscheinlich nicht ganz blind einfach diese Analyse anwenden und wenn es bestärkt, ist gut, wenn man aber zu viele Analysen und zu viele Kennzahlen da irgendwie in den Topf wirft, wird man immer einen Grund finden, nicht zu investieren und während man dann eben immer noch analysiert und analysiert und an der Seite steht, hätte man vielleicht mit einer Investition schon viel mehr gekonnt, auf langfristige Sicht, weil auch hier der Zeitrahmen genau das Thema ist, nicht die Analyse, mit der Analyse verdient man Geld, sondern mit der Zeit, mit der Geduld, wie man in einem Unternehmen investiert ist, ob das dann der perfekte Zeitpunkt war, oder perfekt kann man nicht steigern, aber perfekte Zeitpunkt war oder nicht, ist langfristig auch 10, 20, 50 Jahre eigentlich völlig unwichtig. Und mit diesen Worten gehen wir zur Frage Nummer 3. Würdest du, lieber Philipp, lieber in Einzelaktien aus dem Bereich Konsum investieren oder ist der MSCI, Consumer Stables, auch gut? Wahrscheinlich weniger Wachstum als auf einem Einzelwert, aber eben breit gestreut. Ich muss sagen, ich finde diese Frage mega. Tatsächlich, weil ich da wirklich ein bisschen drüber nachgedacht habe und ich würde sagen, jetzt vergleichen wir das Ganze einfach mal. Marcel, ich sage dir jetzt mal die Top 10, ja? Bist du bereit? Procter & Gamble, Nestlé, Costco, Walmart, Coca-Cola, PepsiCo, Philip Morris, Unilever, L'Oreal oder Mondelez? Was glaubst du, in diesem MSCI World Consumer Stables, wie viel Prozent machen diese Top 10 aus? 20. Nee. Es sind fast 53. Oh Gott. Okay. So. Ja? Und was glaubst du jetzt von diesen Top 10, wie viele haben es geschafft, diesen Consumer Index langfristig zu schlagen? Also er hat geschafft, 40 Prozent, ja? In den letzten fünf Jahren und ich muss tatsächlich sagen, ich glaube mit solchen Werten wie einer Procter & Gamble, einer Nestlé, vielleicht einer Costco, einer Walmart, einer Pepsi, ist es relativ schwierig, diesen ETF zu schlagen. Glaube ich tatsächlich. Okay. Und ich glaube, wenn man jetzt sagt, boah, ich habe jetzt nicht hier dieses, ich will jetzt keinen Dividenden Wachstumswert, ich will Konsumgüter einfach so im Depot haben, dann wäre man mit diesem ETF super gut aufgestellt. Also ich bin bei Procter investiert, ich bin bei Pepsi investiert, könnte mir aber auch zum Beispiel vorstellen, noch eine L'Oreal irgendwann zu kaufen. Es bietet halt Stabilität im Depot und ich glaube, das ist eine gesättigte Branche, sie wächst natürlich noch mit Inflation, sie wächst noch mit steigender Weltbevölkerung, aber das ist keine Branche, die jetzt 20, 30 Prozent im Jahr wachsen wird und ich glaube, wenn man sich nicht entscheiden kann, kann man mit diesem ETF ganz entspannt gehen, aber wenn man sagt, ich habe eine Verbindung, ja Head & Shoulders, Pepsi, Sodastream, L'Oreal, dann kann man auch mit einem dieser Top Ten gehen, kann sich da vielleicht auch ein bisschen Inspiration holen, aber ich würde nicht erwarten, dass ich den ETF langfristig schlage hier tatsächlich, weil diese ganze Branche eigentlich sehr entspannt wachsen und ich glaube, diese Top Ten sind auch so die Top Ten mit Brands etc. von den Umsätzen, die sie weltweit machen, also um die Frage nochmal ganz konkret zu beantworten, ich würde immer lieber in Einzelwerte investieren als in Branchen-ETFs, weil ich habe ja auch schon diese Einzelwerte trotzdem alle in meinem MSCI World, deswegen glaube ich, würde ich eher Stockpicking machen, ich bin kein Fan von Branchen-ETFs, aber ich glaube, man hat nicht weniger Wachstum als bei Einzeltiteln, in dieser Branche, ich glaube, klar, man ist breiter gestreut, aber ich bin eh schon breit gestreut durch den MSCI World. Was würdest du denn machen? Ja, ich sehe es tatsächlich ähnlich, weil das ist tatsächlich eine Branche, da gibt es eigentlich, gehen halt alle etwa den gleichen Weg, die wachsen alle in etwa gleich, mal hier da einen Prozent mehr, der andere ein bisschen weniger und ich glaube, da macht es fast keinen Unterschied, da sollte es vielleicht einfach wirklich eine persönliche Belieben sein, wo man sagt, will ich lieber wirklich ganz konkret jetzt von Pampers mit Procter & Gamble oder was auch immer einfach profitieren oder nehme ich einfach alles mit? Ich meine, das mit dem kompletten ETF hat noch einen großen Vorteil, zum Beispiel jetzt, wie Procter & Gamble gesagt hat, wir müssen jetzt erstmal hier für zweieinhalb Milliarden umstrukturieren bei Gillette, das ist dann natürlich, ich sage mal, geklettert und nicht mehr ganz so im Risiko, was man als Einzelaktionär natürlich dann hat, wenn man nur Procter & Gamble hätte zum Beispiel, aber am Ende sieht man auch an der Nachricht, dass es jetzt keinen riesen Kursverlust gab, das war jetzt keine wahnsinnig böse Nachricht, insofern ist da eher das Risiko geringer, die Chance, aber eben auch und das wäre okay und also was Stabiles eben, also ich glaube, das sollte persönliches Belieben sein. Ja, ich habe eine Frage, eine weitere Frage an dich, Marcel, ich habe eine kurze Frage, vielleicht kannst du mir helfen, ich habe Aktien in ETFs und Einzelaktien angelegt, ich möchte langfristig von den Einzelaktien wegkommen, macht es denn beispielsweise in diesem Jahr noch welche zu verkaufen, sowohl Verluste als auch Gewinne, um quasi jedes Jahr den steuerlichen Freibetrag von 1000 Euro auszunutzen. Mir geht es darum, die Steuern auf die Gewinne, die ich mit den Einzelaktien gemacht habe, so gering wie möglich zu halten. Habe ich einen Denkfehler? Liebe Grüße, Philipp. Ja, das ist recht leicht zu beantworten, also es macht generell für jeden, egal in welcher Situation, was er vorhat, immer Sinn, diesen 1000 Euro Freibetrag mitzunehmen, dass man den eben steuerfrei, ich meine das sind steuerfreie Gewinne, wo gibt es das schon noch in Deutschland, dass man irgendwas einnimmt und das nicht versteuern muss. Gott, nehmt es mit. Wenn man unbedingt weg möchte und das ist das Ziel sein soll von Einzelaktien, dann macht es schon Sinn, dass man sagt, ich habe jetzt hier auf der einen Seite echt gute Gewinne, auf der anderen Seite Verluste, also kann ich das ja in der Betrachtung und der Beachtung, dass man die 1000 Euro auch noch hat, also nicht nur die Verluste ausgleichen, sondern eben noch den 1000 Euro Sparerpausch, dann kann man da natürlich das so nutzen, sagen, okay, nächstes Jahr nehme ich das Kapital und haut es ins ETF oder dann halt danach gleich nach dem Verkauf. Insofern ist es kein Denkfehler. Wenn die Strategie jetzt eben so geändert werden soll, dann ist das eine gute Möglichkeit, um es, ich sage mal, ja, um die Kohlen aus dem Ofen zu holen, ohne dass sie noch so heiß sind, dass man sich dabei die Finger verbrennt. Und das vielleicht auch so clever zu tun, dass es eben nicht unbedingt viele Verluste für das nächste Jahr oder den Sparerpauschbetrag eben überhaupt nicht genutzt zu haben, das wäre dann wahrscheinlich noch die brennende Kohle, die glühende. Dem habe ich nichts hinzuzufügen. Ich habe dir ja die Frage gestellt. Danke, dass du sie mir beantwortet hast. Ja, ich dachte, du möchtest vielleicht auch dazu. Aber gut, moin Marcel und Philipp. Ja, also, wir reden jetzt in der dritten Person voneinander. Ja, weil wir es können. So, ich habe leider so einige Leichen in meinem Depot. Oh Gott, lieber nur im Depot als im Keller, ne? Ja, das stimmt. Und ich bin mir jetzt unschlüssig, ob ich die Aktien verkaufen soll oder die Verluste aussitzen soll. Jetzt hat sich die Person lange nicht ums Depot gekümmert, aus persönlichen Gründen und will sich jetzt wieder aktiver, aufgrund mehr Zeit, darum kümmern und war halt was schockiert, weil halt einige Werte 70 bis 80 Prozent im Minus sind. und daher unser Rat oder dein Rat gefragt, Philipp, was soll die Person jetzt tun? Es handelt sich um folgende Unternehmen, die würde ich mal vorlesen, About You, Bico, Embracer, Paycom, PayPal, Teladoc und Varta. Ansonsten gibt es noch ein Lob natürlich an unserem Podcast, freue ich mich immer sehr, deswegen will ich es nicht unbedingt lassen. Philipp, deine Antwort. Genau, also die Frage ist ja konkret, welche dieser Aktien würdet ihr definitiv aus dem Depot werfen? About You, würde ich nicht rausschmeißen, bin ich selber investiert. Punkt. Sonst wäre ich nicht investiert. Bico, coole Idee, aber irgendwie, da ist halt, tja, da ist viel Fantasie, aber anscheinend sieht der Markt das nicht so, wie wir das sehen. Oder nicht mehr. Nicht mehr. Embracer Group, Medienkonzern aus Finnland, ist nicht mein Investment, die würde ich raushauen. Paycom, hatten wir glaube ich auch im Podcast, ordentlichen Rücksetzer gehabt. Ich bin selber hier nicht investiert, beschäftige mich auch zu wenig mit dem Geschäftsmodell, würde nochmal ganz klar, nochmal aufschreiben, wieso habe ich damals investiert, sind die Sachen noch gegeben, wenn ja, halten, wenn nicht, ciao Kakao. Jetzt ist die Zeitpunkt, ist der Zeitpunkt für mich auch gekommen, zu sagen, man kann sich auch von den Verlierern mal trennen, um vielleicht dann auch wieder den Sparerpauschbetrag ein bisschen sinniger auszunutzen, wenn man vielleicht was hat, was richtig stark gelaufen ist. PayPal, für mich, ja, die Aktie irgendwie, die nicht vom Fleck kommt, machen wir weiter. Teladoc, für mich unerklärbar, warum dieses Unternehmen so gescheitert ist, aber der Markt hat recht, dem würde ich dann auch keine Träne mehr hinterher weinen. Und Warta, was soll ich sagen, ja, die Batterie ist aus. Wie siehst du es denn? Ja, also generell bei all den Positionen oder generell, wenn jemand solche starken Verluste erlitten hat mit einer Position, würde ich tatsächlich wieder vorangehen. Also ganz rational, ist das Geschäftsmodell nach wie vor das, wie ich es früher eingeschätzt habe oder hat sich für irgendwas grundlegend geändert, ist die Aussicht für dieses Geschäftsmodell jetzt weiter zu wachsen auf die nächsten Jahre. Also ein Beispiel About You, der Trend weiterhin zum E-Commerce ist ja gegeben, Wachstum in den fundamentalen Daten ist das noch gegeben, wenn ich das auch noch mit Ja beantworten kann, dann kann man diese Lücke durchaus einfach mitnehmen und dann ist es natürlich bitter, also klar, wenn man völlig überzeugt ist, kann man nochmal investieren, trotzdem würde ich nicht unbedingt gutes Geld immer den Verlierern hinterherlaufen oder hinterher werfen, da kann man auch einfach warten, bis es sich vielleicht beruhigt. Also geht oder ist eigentlich noch das Use Case, das Investment Case noch gegeben, wenn nicht raus damit, wenn doch behalten und vor allen Dingen würde ich nicht in der Talsohle, wir sind jetzt in einer Talsohle, das ist vielleicht nicht für jedes einzelne Unternehmen, aber wir haben jetzt die Talsohle erreicht, also warum diese Unternehmen, speziell ja auch die Unternehmen so gefallen sind, liegt ja unter anderem an den ganzen Zinsschritten, was natürlich das Geschäftsmodell auch gewisserweise gefährdet hat und das ist ja so, langsam wird es ja wieder entgegenkommen, weil eben hier fundamentale Daten auch entgegensprechen. Einzige Ausnahme würde ich da auf jeden Fall noch mitmachen, Paycom, die stehen super da, das waren top Zahlen, der Ausblick klar reduziert, dass man eben nicht nächstes Jahr so stark wachsen wird wie bisher, was natürlich auch am Arbeitsmarkt liegt, was jetzt ja aufgrund der hohen Zinsen runterkommt, sprich dort ist es eine Art verschleppte Problematik, aber langfristig ist dieses Geschäftsmodell super robust, die Dividende ist eingeführt und sicher und natürlich viel, viel starkes Wachstum weiterhin auch ermöglicht werden kann auf die lange Zeit. Also würde ich jetzt Paycom, bin selber investiert, aber genau aus dem Grund bin ich da auch dabei geblieben, weil das natürlich für mich ein Top Pick ist. Auch Paypal bleibe ich dabei, Teladoc bleibe ich auch dabei, weil ich es nicht verstehen kann, um jetzt mal konkret auf die Aktien einzugehen, aber generell würde ich mir immer diese Fragen stellen und wenn hier ein Nein ist, dann raus, ganz einfach. Genau, so sieht es aus. hast du dir die Woche mal angeschaut, Pin Duo Duo und wie bin ich darauf gekommen, weil, und das geht mir übrigens auch so, wenn ich durch meine Social Medias scrolle, habe ich immer mal hier die Werbung von Temu, also sogenannte Temu Produkte, vorgeschlagen. Das ist so ein bisschen wie Wish, hätte ich jetzt gesagt. Nur cooler. Ja, also vielleicht auch cooler und am Montag ist die Person reingegangen, gleich 18% mitgenommen. Glückwunsch an dieser Stelle für einen kurz guten Trade und ja, ist die Person raus? eine positive Erfahrung zu machen. Ist die Person raus oder ist die noch drin? Steht nicht da. Also mitgenommen könnte heißen, dass das Gewinn, dass das Gewinn mitgenommen wurde, also dieser Gewinn dann auch realisiert. Könnte aber auch heißen, dass man ihn erstmal einfach eingestiegen und 18% nach oben und jetzt nehme ich hier und lasse ich mal laufen. Keine Ahnung, aber es geht ja um Pin Duo Duo, dass sie natürlich jetzt auch auf den europäischen Markt drängen, auch auf den US-amerikanischen übrigens und sie sind ja sehr, sehr gut gelaufen in den letzten Wochen und das kann man ja nicht von streiten. Ich muss tatsächlich sagen, ich habe schon bei Temo bestellt und ja, was es ist, möchte ich jetzt hier nicht öffentlich sagen, aber es hat gut geklappt natürlich und wir werden sehen, ob meine Haare jetzt in Zukunft noch stärker wachsen oder nicht. Nein, also ja, für mich ist das alles so Billigrotz, Billigscheiß, muss ich jetzt einfach mal so leider sagen und ich investiere lieber in Sachen mit schönen Margen und ja, ich weiß nicht, ob ich eine Drohne brauche für 30 Dollar oder sowas oder was, ich weiß gar nicht, ob ich die App sogar noch auf dem Handy habe, ich kann dir ja mal was Schönes bestellen zu Weihnachten, es ist doch bald Weihnachten. Temo, ich habe sie sogar noch drauf. Wahnsinn. Erstmal hier, guck, drehe um 100 Euro zu gewinnen, ich drehe. Bist du bereit? Gewinnrate, jetzt kommt's, 100 Prozent. Und, was hast du gewonnen? Warte. Gibt es schon was? Kriege ich was Schönes zu Weihnachten, Philipp? Ah, du, du kriegst von mir alles, was du brauchst. Ja, von Temo, ja, Spaß beiseite, also, ich finde, Temo erinnert mich tierischst an Wisch, ich habe es gerade schon mal erwähnt, Wisch war kurzzeitig sehr, sehr erfolgreich, um dann sehr, sehr erfolgreich zu scheitern und ob das jetzt Pinduoduo besser gelingt als Wisch, mag ich zu bezweifeln, denn irgendwann hat jeder mal bei Temo bestellt und ich weiß nicht, ich glaube, die Qualität der Produkte wird es wahrscheinlich am Ende nicht sein, das zur massenhaften Überzeugung kommt. Ich glaube, es ist ein Rent, ich würde allgemein vor chinesischen Unternehmen weiterhin einen großen Bogen machen, als Investorengesicht natürlich und würde da tatsächlich kein Geld, ja, klar, ein Trade, das ist alles schick, mal kurzfristig rein und dann wieder raus, gut, aber auf langfristige Sicht auch 10, 20 Jahre Vertrauen, dass das Unternehmen erfolgreicher ist, dass mir das nicht enteignet wurde, das ist ja auch immer eine Rolle spielt, ob das Unternehmen überhaupt so operieren darf, wie es eben gerade operiert, das bleibt ja immer alles ein großes Fragezeichen hinter dem Regime, deswegen, ich würde mich fernhalten, also Trade, Glückwunsch und, ich kann dir aber sagen, willst du sehen, wir machen ja, zeigen wir das Video oder sind wir nur ein Audio-Podcast, dann zeige ich dir. Na klar, zeig's. Okay, warte, pass auf, was ich bestellt habe und jetzt wirst du sagen, das ist schlau. Okay. Bereit? Ja. Aha. Rasierkling. Okay. Nehme ich zwölf Stück für 7,98. Procter-Gamble-Aktionäre hassen diesen Trick, Philipp. Ja, ich bin ja einer von denen. Ja. Merkst du was? Aber deswegen auch die fette Umstrukturierung, weil ich bin nur ein Punkt, oder? Wahnsinn. Ja. Es sind geblättet. Ich weiß, was du dir gleich runterlädst. Naja. Willst du die nächste Frage auch noch an mich stellen? Ja, gern. Welchen europäischen Anleihen-ETF würdest du kaufen, Philipp? Also, ich kann für dich antworten, gar keinen. Richtig. Und, ähm, ich glaube, hier ist jetzt wichtig, also, was ist denn das Ziel? Vermögensbildung oder Erhalt? Auch da, ja, ich würde kein Anleihen-ETF kaufen, wenn außer, ich gebe zwei Stück, ja. Also, einmal habe ich den Spider-Bloomberg Euro-High-Yield-Bond rausgesucht. Der, äh, hat eigentlich so acht Prozent gemacht. Das in den letzten zwölf Monaten, ja, aber das ist für, ja, für mich ist das irgendwie alles nichts, weil dann habe ich trotzdem, ah ne, nur 2,4 Prozent in den letzten zwölf Monaten und man hat so ein bisschen, was will ich damit, ja? Warum gebe ich mein Geld da hin? Und, ähm, welchen ETF ich aber wirklich cool finde, ist von X-Trackers. Den Overnight-Rate-Swap-ETF, weil dieser legt das Geld tatsächlich einfach dann bei der EZB an und du kriegst immer den EZB-Zinssatz. Das, finde ich, ist eine ganz coole Sache, wenn man wirklich sagt, ich habe so Geld, wo ich sage, das will ich in zwölf Monaten haben, dann würde ich auf die ganz sichere Variante gehen, einfach den Zinssatz der EZB nehmen. Wie siehst du das? Okay, das ist verständlich, denke ich. Ja, absolut. Also, ich glaube, mit der Akkommendation kannst du da sicherlich gut vorfahren und, ähm, ansonsten würde ich, ja, lege ich da auch aus. Aber warum nicht? Gerade auch mit dem EZB-Thema ist das natürlich dann, ich sage, eine relativ sichere Nummer. Dann, nächste Frage an dich, Marcel. Mit welcher Motivation, außer reich und berühmt zu werden, bist du an die Börse gegangen? Ja, weder das eine noch das andere. Mir ging es einfach darum, ich wusste, schlichtweg im Studium nichts Besseres mit dem Geld anzufangen, als es tatsächlich, also, nachdem ich viel konsumiert habe mit Zalando-Paketen und Gedöns, keine bezahlte Werbung, ähm, dachte ich mir, ich habe, also, ne, nebenbei viel gejobbt, da hat man natürlich ein bisschen Geld übrig und dann dachte ich mir, komm, holst du jetzt mal ein paar Aktien und die Motivation war tatsächlich eher relativ früh in eine doch entspannte Rente zu gehen und das ist nach wie vor meine Motivation und ich glaube, dass das Depot hier schön mit wachsen darf und umso größer es wird, desto eher beziehungsweise zu entspannter kann ich natürlich auch als Selbstständiger, das darf man ja nicht vergessen, also, ich habe diesen Backup der schlechten Rentenversicherung, Entschuldigung, der Rentenversicherung, der gesetzlich nicht, ähm, genau, zum Glück nicht mein Falle und deswegen habe ich hier die langfristige Brille auf. Philipp, wie ist bei dir? Hast du ein, äh, eine Podcast-Nummer für uns, eine Folgen-Nummer, wo ich dann hier irgendwann alleine sitze, weil du nur noch auf den Bahamas sitzt und, äh, Pina Colada nuckelst? Egal, ich würde immer mit dir den Podcast aufnehmen. Oh, das ist aber süß. Ähm, ja, meine Motivation ist tatsächlich, ich habe, ähm, ich habe irgendwann mal einen Artikel oder so von Warren Buffett auch gelesen und war so fasziniert, dieses, also ich habe, glaube, ich habe verstanden den Zinseszins und, äh, das war einfach so dieses, ja, ich möchte gerne in eine Lage kommen, in eine berufliche und auch private finanzielle Lage, wo ich sagen kann, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, wo ich aufhören könnte, aber nicht muss. Ja, also wo ich nicht mehr so dieser, diese, wo man sagt, jetzt laufe ich noch weiter an dem Hamsterrad, aber es ist jetzt nicht mehr so, dass das Hamsterrad nicht in Bewegung, es läuft freiwillig, ja. Genau, das ist finanzielle Freiheit. Ich bin der Hamster, der auch mal rausgeht. Ja, genau, also das ist, aber ich würde nicht aufhören wollen zu arbeiten. Also, ja auch nicht unbedingt. Ja, also das ist so. Einige Projekte annehmen, sowas ist halt dann, Richtig, also eine entspannte Sicherheit tatsächlich vielleicht auch, könnte man auch so sagen. Nächste Frage geht wieder an dich. Pfizer, stark unter Druck, Value-Tab oder nur warten auf neue Medikamente? Ja, also das kann ich ganz gut und denke ich auch schnell mit beantworten. Also ich bin investiert, auch da der Disclaimer-Hinweis, auch erst seitdem die Aktie stark unter Druck geraten ist, also sprich jetzt schon in den Tiefs mit drin, überlegt auch hier noch mal eine weitere Position zu eröffnen, denn jetzt kam ja noch mal die Nachricht, dass das Abnehmen-Medikament, was ja in diesem Falle eine Pille gewesen wäre und nicht eine Spritze, wie es bei Novo Nordisk wäre, hier keine guten ersten Daten geliefert hat und deswegen, ja auch, ich sag mal, die Zukunft hier eher weiter vertagt wurde für dieses eine Medikament. Aber Pfizer ist eben nicht nur das eine Medikament, sondern sie haben nach wie vor ein Portfolio, was eben um die 7 bis 10 Prozent wachsen kann. Jetzt zuletzt haben sie es ein bisschen moderiert, also sprich etwas runtergesetzt, weshalb ja auch das dazu führte, dass die Aktie etwas günstiger wurde und man muss nicht wirklich auf neue Medikamente warten. Klar ist das immer noch mal ein Katalysator nach oben oder auch immer noch mal eine gute Nachricht, die es nach oben führen kann, aber man hat mit der, ja mit dem ganzen Corona-Thema natürlich Zijin übernehmen können. Zijin hat auch Top-Produkte schon drin, sie wachsen sehr, sehr gut und das wird natürlich den Pfizer-Konzern bei der Stärken. Dazu, wie gesagt, das eh schon moderate Wachstum des bisherigen Portfolios und wenn dann eben noch weitere Produkte und das sind einige in der Pipeline oder Produkte, Medikamente natürlich auf den Markt kommen, dann sehe ich hier relativ schnell ein Turnaround Okay, das ist natürlich eine Turnaround-Story und deswegen vielleicht nicht ganz so schnell wie es zum Corona-Thema war, das ist ganz klar, da waren sie natürlich, ich sage mal, ein relativ schneller Gewinner. Hier wird das sicherlich von Monat von Monat zu Quartal zu Quartal einfach immer besser oder eben, also hoffe ich natürlich immer besser. Das kann natürlich auch immer weiter runtergehen, das ist klar, Disclaimer-Hinweis ist ja hier wieder bekannt. Dazu eine schöne Dividendenrendite, darf man auch nicht vergessen. Also ich glaube auch, dass die Dividende tatsächlich sicher ist, genauso wie die Rente und das ist einfach, ja, also ich glaube, langfristig macht man hier nichts falsch und wenn Bonny Tyler recht hat, Marcel, dann kommt es eigentlich immer zum Turnaround. Die letzten Fragen, du bist hier da dran? Ja, ich bin dran, ich habe hier noch was relativ Frisches mitgebracht und wir haben uns ja letzte Woche als Otto-Normalverbraucher bezeichnet und das hat hier jemand als Anlass genommen, dass, ja, warum in Anführungsstrichen sind wir keine Otto-Normalverbraucher? Ja, weil wir es so genannt haben. Ach so. Doch, doch, Anführungsstrichen, das kam sehr sympathisch an bei dem Mitglied der Community, das findet er auch sehr bodenständig und er will jetzt bloß aber so ein bisschen im Eigenvergleich natürlich auch einschätzen können, was das eigentlich heißt zum Investieren, weil Otto-Normalverbraucher kann ja auch jeder sein. Das ist schon ein sehr, sehr spanniger Begriff und das kann ich auch gut nachvollziehen. Deswegen fragt er uns, also erstmal speziell dich, Philipp, natürlich, je nach Lebenslage, also wie sich das auch verändert, Cash-Quoten, Sparraten, es würde interessieren, wie wir da unterwegs sind mit risikofreien Assets versus risikobehaftete Assets. Ich würde gleich mal alle aufzählen erstmal, was die Fragen sind. Wie verhalten sich Einzelaktien versus ETFs in uns, bei uns etwa mit Quoten, die Investmentquote vom Netto zum Beispiel, bei unseren Verdiensten und wenn wir das sagen würden, wollen, wenn nicht, auch nicht schlimm, dann natürlich das Depotvolumen wäre mal noch interessant und genau, wie verändern sich die ganzen Quoten in etwa mit dem Anbetracht einer Anschaffung einer Immobilie oder auch bei Familien ja einen Zuwachs, was ja hier bei uns auch durchaus ein Thema ist. Genau, und darauf könnten wir gerne mal im Podcast eingehen und das ist ja jetzt gerade. Philipp, deswegen würde ich anfangen oder würde ich fragen, risikofreie Assets versus risikobehaftete Assets. Was zum Teil, also risikofreie Assets, was ist das? Ist jetzt für mich tatsächlich eigentlich nur Cash, würde ich sagen? Genau, Sparbuch, keine Ahnung oder Tagesgeldkonto mit drei Prozent. Warte, also okay, da muss ich mal schauen. Also ich habe das ja hier so alles schön aufgeschlüsselt in meiner Excel. Ich kann jedem immer nur empfehlen, eine Finanz-Excel zu machen. Ich würde einfach mal sagen, also risikobehaftete Assets sind alle die Schwankungen, die ich sehe, richtig? Ja, absolut. Gut. Also von, oh, da muss ich jetzt mal hier gucken. Also vom Gesamteinkommen. Du kannst mal ein Lied singen, bis wir dir, bis wir das hier so, ich, ich, ich würde es vielleicht beeinordnen in der Zeit. Also risikofreie Assets sind, ich sage mal, schon sowas wie Tagesgeld, drei Prozent hier, da was mitnehmen und wenn es liegt, dann die Zeit. Und damit kann erstmal nichts passieren. Ein risikobehaftetes Assets ist im Prinzip erstmal alles, was von einer Aktie bis hin zur Anleihe, die natürlich hier und da eine Volatilität ausstrahlt, vielleicht auch eine Investition in kleinere Unternehmen, auch eine Immobilie ist im Prinzip mit einem gewissen Risiko behaftet, aber da eher schon, naja, kommen Sie wieder darauf an, welches Immobilie, ja, inwieweit die da risikofrei ist. Ich habe also risikofrei, was ich bespare, also die, ich würde jetzt einfach mal sagen, eine reine Sparquote von Geld, auf das ich sofort zugreifen kann, sind bei mir vom Gehalt 13 Prozent. Also 13 Prozent Das liegt direkt für schnell, kurzfristige Verfügbarkeit. Zum Beispiel Sondertilgungen für, was habe ich hier noch, rücklagen konnten, ja, all solche Sachen, da sind 13 Prozent das monatlich, also ich rede jetzt von dem Vermögen von meiner Frau und mir, unseres Haushaltseinkommens legen wir zurück und bauen das auch einfach stumpf auf. Okay, und prozentuale Aufgliederung von Assets risikofrei und risikobehaftet ist quasi der Rest. Risikobehaftet ist jetzt, aber gut, von dem Restlichen gehen ja jetzt auch Konsum geht da runter, ETF, Immobilienkredit. Also ich würde jetzt sagen, risikobehaftet ist jetzt wahrscheinlich dann nur mein ETF. Ja, also da muss ich jetzt nochmal ganz kurz, da habe ich einmal den ETF für meinen Sohn, unseren ETF und das ist tatsächlich gar nicht so viel. Ach, hier noch, oder? Da sind wir bei 6%. Finde ich persönlich ein bisschen wenig, aber liegt auch daran, warum nur 6%, weil ich natürlich hier auch das Geld von M4I ja nehme, um auch weiterhin Einzelwerte zu investieren. Ja, also ich würde diese Quote wahrscheinlich höher haben, aber durch das Geld, was wir durch M4I einnehmen und das Geld, was wir beide hier durch unsere Werbung auch verdienen, investiere ich, sieht man auch immer ganz klar transparent natürlich nochmal in den Videos und deswegen würde ich jetzt mal sagen, also Investitionsquote vom Netto haben wir jetzt auch, also ist bei mir tatsächlich 6% und M4I kommt einfach on top, das ist mein Einzelaktiendepot, ich möchte auch nicht sagen, wie hoch das Depotvolumen ist vom ETF, was wir besparen, aber ich zeige es ja ganz transparent, ich kann es gerade sagen, also dank dem M4I-Projekt, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre machen wir das jetzt schon? Ja, drei glaube ich. Drei, genau, also konnte ich tatsächlich in den drei Jahren, aktuell sind investiert 30.387 Euro. Ja, ist ja schon mal schön. Genau, dann natürlich noch, wie verändert sich die umgenannten Quoten bei Anschaffung einer Immobilie oder familiären Zuwachs, also ich bin ja genau in der Situation, 6% und 13%, also gerundet, knapp 20% werden angelegt, schrägstrich weggelegt vom Netto. Der Rest ist für Konsum, Haus, Versicherung, Urlaub, solche Sachen. Wie ist es bei dir? Ja, das prozentuale Gleichgewicht zwischen risikofreien Assets und risikobehafteten Assets, würde ich sagen, geht schon zulasten des risikobehafteten Assets, weil ich recht viel in Aktien investiert habe. Ja, ein Teil Immobilien auch, da ist es natürlich nicht immer gleich ablesbar, wie hoch der, deswegen kann ich diese auch keine Prozente nennen, aber wie hoch dann jetzt der aktuelle Wert ist, weil das ja natürlich nicht immer einsehbar ist bei irgendeinem Broker. Wäre vielleicht auch mal noch eine Idee. Nee, besser nicht. Genau, wie verhalten sich Einzelaktien versus ETFs? Ich bin kein ETF-Anleger, deswegen ist das hier eine sehr, sehr tendierende Richtung 100% Geschichte bei Einzelaktien. ETFs wirklich nur ein kleiner, geringer Wert, ich glaube, wenn überhaupt ein Prozent. Die Investquote vom Netto kann ich nicht beantworten, einfach als Selbstständigkeit ist natürlich immer auch ein unterschiedliches Einkommen jeden Monat zu sehen und da muss man natürlich auch ein bisschen anders mit Risiko umgehen, vielleicht auch ein bisschen anders planen und ja, dann gibt es natürlich die Steuernachzahlung, sowas muss man natürlich immer mit bisschen berücksichtigen, was man vielleicht im Angestelltenverhältnis schon ein bisschen abgenommen bekommen hat. Insofern kann ich das nicht pauschal sagen, ist aber mal, also sehr schwankend, es gibt Monate, wo man sagt, mir passt schon ein bisschen mehr, kann man auch mal wieder ein bisschen mehr investieren, dann gibt es wieder Monate, wo man sagt, da kann man mal zwei, drei Monate vielleicht nicht investieren, weil man vielleicht einfach kurzfristige Kosten hat. Das Depotvolumen, ja, muss ich jetzt, ja, weiß ich gar nicht ganz genau, also es ist zumindest jetzt schon mittlerweile sechsstellig geworden, das ist schon mal schön, vor allem auch reingewachsen, muss man sagen. Und wie verändert sich es natürlich, ja, klar, bei einer Immobilie, dann hat man natürlich erstmal andere Kosten, auch kurzfristig mit dem ganzen Nebenkostenthema, das ist keine Frage, ist aber mir jetzt nicht geplant beim vermehren Zulwachs, ist natürlich die Kostenquote bei bestimmten Sachen auch ein bisschen höher, weshalb man dann vielleicht auch ein bisschen weniger zu investieren hat, das ist aber wie gesagt prozentual bei mir nicht ganz so gut kalkulierbar. Genau, und Philipp, eins haben wir noch, also so eine Frage aus der Community, und zwar geht es um die Vorversteuerung von ETFs, und ich glaube, das sollten wir als Hausaufgabe mal noch weiter mitnehmen, weil es natürlich jetzt zum Jahresende auch interessant wird. nicht mit beschäftigt. Genau, richtig, ja, aber wir sind viel unterwegs. Nächste Woche versprochen. Ist ja nicht schlimm, wir hatten es hier nicht mit drauf, ist aber auch relevant für viele, die ETF-Anleger sind, die eine Vorabsteuer, eine Vorabpauschalsteuer hinnehmen müssen, und wie man die somit plant, wir wollen uns da mal reinfuchsen bis nächste Woche und das dann dort nochmal mitnehmen, weil es auch ein Thema aber aus der Community, was natürlich zu Recht gefragt wurde, wenn man ETFs bespart, sollte man das zumindest mal mit auf dem Schirm haben. Kommen wir nächste Woche dazu, ich würde sagen, der Ausblick, Philipp, der wird sicherlich noch den einen oder anderen interessieren. Noch ganz kurz, meine Investmentidee diese Woche ist BWX Technologies, ich bin selber investiert, ihr habt es vorhin schon gehört, ich glaube tatsächlich, diese Aktie könnte eines meiner Top-Aktien für nächstes Jahr werden. Okay, oh, das ist spannend, ja, auch die Frage, wie schnell das dann konvertiert, von dem, dass man das beschlossen hat, bis hin zu den Investitionen, bis die dann auch geflossen sind, also das ist auf jeden Fall spannend. Ich habe noch eine ganz kurze Frage, ich muss dich unterbrechen, hast du mitbekommen, dass Denner hier das Logo geändert hat? Denner hier hat das, nö, die Marketingabteilung hat sich nicht bei uns gemeldet. Soll ich dir, ich gebe dir mal kurz meinen Bildschirm frei. Ja, zeig es uns. Also folgt uns auf jeden Fall auf YouTube, weil da seht ihr es. Ja, das stimmt. Ja, ist auch mal spannend, weil sie natürlich nach der Abspaltung natürlich dann auch ein bisschen anderes Art von Geschäftsmodell haben, vielleicht haben sie es auch rebrandet, also nicht rebranding, aber zumindest ein neues Logo. Am Montag gibt es Quartalszahlen von einem Dickschiff und zwar Oracle. Immer wieder spannend, sollten wir auf dem Schirm haben, werde ich wahrscheinlich auch nächste Woche drüber berichten. Adobe wird am Mittwoch die Zahlen zeigen, auch das wird sehr, sehr spannend. Zeiss wird am Dienstag noch berichten, es gibt Zahlen am Donnerstag von Costco und ja, dann ist, ich sag mal, auch da die Woche schon wieder um. Das ist aber nicht viel. Am Montag gibt es Dividende von Exxon, Chevron, IBM, Target wird bezahlen, Amazon, Rollins, Marathon Oil, Rockwell Automation. Am Dienstag United Health Group, S&P Global 3M, Koloplast am Mittwoch, Equinix, Northrop Grumman, dann haben wir am Donnerstag Qualcomm, The Home Depot, Microsoft, RTX, Applied Materials, Meatlife, Prudential am Freitag, Coca-Cola, McDonalds, NextEra Energy, T-Mobile US, die erste Dividende, Moody's, Estee Lauder, Sintas, Waste Management, Hershey's, DuPont, Realty Income, Arto J Gallagher, Ebay, Wayhäuser, Calanova, Tyson Foods, Also hier ist eigentlich für jeden etwas dabei. Marcel, nächste Woche sehen wir uns natürlich wieder live in Full HD und in Farbe. Ich freue mich drauf. Ich mich auch. Und jetzt würde ich sagen, machen wir einen Deckel drauf und dann bleibt uns eigentlich nur noch eins zu sagen. Wir sind deine Aktienbuddies und wir sind überzeugt, es gibt immer irgendwo einen Bullenmarkt. Natürlich werden wir versuchen, diesen zu finden, um dann auch in diesen zu investieren. Also tu uns einen Gefallen und bleib dabei bei deinen Aktienbuddies von M4E. Bis dann. Ciao. Ciao.